We are football 2024. Uns allen ist eigentlich gerade so, als wenn We are football gerade erst rausgekommen wären oder wir haben noch nie etwas von diesem Spiel gehört. Das hier ist jetzt eine Preview, die ich euch exklusiv als einer der ersten zeigen darf zum neuesten anstehenden Spiel, diesem Fußballmanager. Und bevor ihr jetzt auf einmal denkt, oh Gott, Fußballmanager, da gibt es doch den von Sega mit über und über Zahlen und dann kann ich mich da total drin verlieren und weiß ich nicht was. Ja, tatsächlich ist es so, dass auch dieser Fußballmanager natürlich auf den Fußballmanager Aspekt setzt, aber We are football 2024 ist von den Personen gemacht worden, die früher Anstoß gemacht haben. Die Anstoßreihe und auch die ersten guten Fußballmanager Spiele von EA. Also richtige Urgesteine, deutschsprachig auch. Ich glaube, die haben ihr Studio, ach wo haben sie es denn? Ich glaube in Bayern irgendwo. Und das hier ist quasi die Revival Version. Das letzte Anstoß, das vor einem Jahr rausgekommen ist, ist nämlich nicht mehr von denen hier. Die haben sich nämlich auf We are football konzentriert und haben mit THQ Nordic dort einen Publisher gefunden, der sie dann auch tatkräftig unterstützt. Denn THQ Nordic ist, wenn ihr hier unter meiner Kamera guckt, der Publisher des Ganzen. Beziehungsweise muss man da jetzt ein bisschen unterscheiden. Für We are football 2024 ist es Handy Games und THQ Nordic. Und bevor ihr jetzt einen Herzklabaster bekommt, was Handy Games, so heißt der Publisher. Das ist eine Tochterfirma von THQ Nordic, über die, ähm, über die, äh, Version der Spiele, der regulären Spiele für Mobile adaptiert werden. Also zum Beispiel Jacked Alliance. Das ist so ein Spiel, das war aber noch Jacked Alliance Rage, also nicht so guter Teil. Der wurde dann über THQ Nordic über Handy Games gepublished oder auch, ähm, welche Spiele denn noch? Also viele, viele THQ Nordic Spiele werden dann darüber, äh, gepublished. Der Hintergrund, warum We are football 2024 darüber gepublished wird, ist, dass der auch komplett zum Beispiel für Steam Deck optimiert ist. Das heißt, ihr könnt hier sogar, wenn ihr wollt, ähm, mit, äh, mit Touchpad arbeiten. Sogar am PC könnt ihr mit Touchpad arbeiten, wenn ihr wollt. Ähm, genau. Und THQ Nordic an sich ist auch nur ein Tochterunternehmen mittlerweile von, äh, von der Embracer Group. Zu der gehören zum Beispiel auch Gearsoft, die Homeworld machen. Ja. Okay, das ist, äh, das ist der Hintergrund zu dem We are football 2024 ist jetzt einfach nur eine Treuauflage des letzten Spiels. Und das ganze Spiel ist so optimiert, dass ihr es hier in einer, in lockerflockig reinkommen könnt, lockerflockig spielen könnt und da drin selber euren Spaß haben könnt. Mit allem, was ihr wollt, ohne euch jetzt in Zahlen zu verlieren. Während der Sega Football Manager, den ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört habt, eine Hardcore-Simulation ist, bei dem ihr sogar den Zehennagel des Stürmers kontrollieren könnt, ob der da irgendwie Zehenfäule dran hat oder ob der heute spielbar ist, ist das hier ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass wir uns auf den Spielspaß konzentrieren, auf einfache Taktiken konzentrieren und vor allem auch auf Roleplay-Elemente, ähm, konzentrieren. Es gibt nämlich hier drin einen niegelnagelneuen Ansatz mit einem Art-RPG-Element und da bin ich, äh, da bin ich sehr gespannt darauf, ob, wie das sein wird, wie das sein wird. Ich hab mal ganz kurz reingeguckt, aber ihr wisst ja, wie Fußballmanager sind, da kann man sich natürlich, ähm, für mich eine wichtige Frage, kann man selbst Stadion ausbauen, Ticketpreise festlegen, das Stadionumfeld selbst gestalten? Ja, ja und ja. Da freue ich mich auch drauf, euch das gleich zu zeigen, weil da hat es für mich auch ganz klar, äh, seine Stärke und da gucken wir auch, äh, intensiv rein. Das wird nämlich einer der großen Steckenpferde des Spiels hier hinterher werden. Ähm, ihr wisst ja, wie es mit Fußballmanagern ist, ich konnte da reingucken, hab mir natürlich die ganzen Anzeigen angeguckt, aber man braucht natürlich ein bisschen Laufzeit, um da reinzukommen. Es gibt ein Handbuch, das kostenlos zu dem Spiel dazugelegt wird, das hat 191 Seiten, einfach weil jede Mechanik im Einzelnen vom Spieleentwickler, äh, ähm, einmal dargestellt wird und weil er von den Alpha-Testern Eindrücke mit reingenommen hat und in diesen Eindrücken, ähm, wird dann geschildert, wie schnell die zum Spielen gekommen sind. Im Regelfall, nach 10 Minuten waren die meisten schon am ersten Spieltag durch. Bei uns wird es eine Stunde dauern, denke ich mal, aber es wird schon ein bisschen dauern. Gehen wir mal rein, wir legen los. We are Football hat eine Sache, die allerdings nicht so tragisch ist und die müsstet ihr jetzt im Vorfeld einmal wissen. We are Football 2024 hat keine Lizenz. Das heißt, es hat keine Lizenz an der Bundesliga oder keine Lizenz an irgendeiner anderen europäischen Liga. Alle Vereine, die sich hier drin befinden, sind komplett fiktiv erstellt worden vom Computer. Punkt, Komma, Aber. Aber dieses Spiel hat einen Mod-Support, den ihr hier mit dem Editor schon seht. Und Modder haben im Vorfeld bereits Zugang bekommen zu diesem Spiel, äh, zu dem Editor und konnten schon die Datenbänke übertragen, so dass ich gehört habe, dass zum Release, der ist am 4. März, eine Fan-Mod rauskommen wird, die die Ligen übertragen wird. Also da könnt ihr dann einfach über den Editor, könnt ihr, äh, die Mod runterladen und könnt dann hier die Vereine selber spielen, wie ihr möchtet und, ähm, ja, dann einfach selber euer Bundesliga-Spiel hier durchführen. Das werden wir jetzt hier in dem Fall nicht machen, weil es halt einfach in der Preview-Version jetzt für uns noch keine Mods gibt, keine offiziellen. Äh, wenn du Delay hast, musst du einmal kurz auf F5 drücken. Ähm, Interpunktion mit Ranger. Ja, genau. Und dafür gibt es halt die ganzen Fan-Projekte, genau. Also ihr müsst euch gar keine Gedanken machen, einfach nur den Editor im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch das Spiel holen möchtet. Und ich weiß leider nicht, wie teuer es sein wird, aber könnt ihr euch einfach dann dann, äh, runterladen. Wenn wir auf ein neues Spiel gehen, ihr seht auch, ihr könnt einfach einzelne Matches mehrfach simulieren. Wenn wir auf ein neues Spiel gehen, dann können wir uns am Anfang erstmal aussuchen, welche Liga wir haben möchten. Und bevor es jetzt hier auf YouTube oder im Twitch-Chat kommt, ja, wir können Männer- und Frauenfußball nehmen. Ich möchte jetzt kein schlechtes Wort über Frauenfußball hören an der Stelle, weil die Frauen, die dort spielen, die würden 100%ig, 90% von uns allen den Ball aber mal ganz lockerflockig durch die Nase durchziehen. Ja, nur damit es hier einmal ganz am Anfang klar dargestellt ist, das sind, die sind schon gut. Die sind schon, das habe ich zum Beispiel auch, oder 95%, ja. Das habe ich zum Beispiel auch mal als kleine Anekdote, ich bin ja Kampfsportler eigentlich, ne. Und im Kampfsport, äh, habe ich Frauen als Trainerin gehabt, die mich mit 1,86 Meter und wie viel habe ich da gewogen? 110 Kilo. Äh, und da war ich durchtrainiert, einfach mal durch den Ring geprügelt haben. Also da gibt's, ne, da gibt's, äh, ja. Den mir einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, wir gehen weiter. We are Football 2024, Basisdatenbank von dem Männerfußball, werden wir jetzt nutzen. Gehen rein. Und wir können uns jetzt hier auswählen, welche Länder wir simulieren, was lassen, äh, möchten. So. Ähm. Ähm, diese Simulation der Länder, das ist ein bisschen davon abhängig, wie stark euer Rechner ist. Weil je mehr Länder simuliert werden, desto mehr wird auch an Leistungsprozessen hinterher gefordert, desto mehr wird verarbeitet am Rechner, desto mehr wird durchgerechnet. Also wenn ihr nicht so einen ganz so starken Rechner habt, Slowbox, danke schön für deinen Zappen im wichtigen zweiten Monat. Sei gegrüßt, Rangirios, eure Bürgermeisterlichkeit. Ich grüße dich, einen wunderschönen guten Tag. Wenn ihr also nicht so einen ganz so starken Rechner habt, dann solltet ihr hier ein paar rausnehmen, die dann überhaupt nicht, ähm, simuliert werden. Ihr könnt hier drüben noch die Kontinente auswählen, die ihr nutzen möchtet. Das lasse ich jetzt alles mal so. Wir haben das hier standardmäßig. Wir werden hinterher hoffentlich in Deutschland spielen, in der Liga. Ihr seht hier auch, wie die Auslastung sich dann insgesamt auswählt. Noch ein Stück weiter. Schon brauerer Ewigkeiten. So. Und jetzt können wir uns nämlich auswählen, mit wie vielen Leuten wir spielen möchten. Im Vorgänger waren nur zwei Leute maximal möglich. Hier drin in We are Football können wir mit 24 Leuten gleichzeitig spielen. Äh, mit 24... Mit vier Leuten... Mit 24 Leuten gleichzeitig spielen. Mit vier Leuten gleichzeitig spielen. Das wechselt dann in den Hotseat. Ihr könnt dann den Hotseat entweder bei euch am örtlichen Computer machen oder Steam hat mittlerweile auch eine Funktion. Die ist, glaube ich, vor allem ja eingeführt worden, dass ihr Hotseat über Steam durchführen könnt. Ja. Ähm, könnt also mit vier Leuten spielen. Wir bleiben beim Singleplayer. Könnt ihr hier einfach auswählen. Also nicht wundern, wenn es am Anfang kein Multiplayer gibt. Einfach über neues Spiel gehen. So. Hier haben wir doch schon unseren Manager. Unseren Manager. Ranger Area, den wir hier erstellt haben. Mit Vornamen Ranger. Mit Nachnamen Area. Herr. Geburtsort Gelsenkirchen. Geburtstag 4. November. Das wisst ihr. Mein Datum, mein Geburtstag ist kein Geheimnis. Und natürlich 21,5 Sechstel. Das heißt, wir sind jetzt 2003 geboren. Als Jungspund, der wir sind. Können wir damit... 2003 geboren? Lügt doch nicht. Ich habe schon... Äh, ich habe schon perfekt vorbereitet hier alles. Können wir direkt loslegen. Ähm. Mit 21,5 Sechstel. Ich weiß gar nicht, was das jüngste ist, was wir auswählen können. 2010. Äh, 2014. Geburtstag 2014. Das heißt, wir können als 10-jähriger Manager loslegen. Boah, soll ich jetzt hier offiziell das erste Mal mein Geburtsjahr, ähm, revealen? Soll ich jetzt 9 sogar? Stimmt. Soll ich jetzt hier offiziell mein Geburtsjahr revealen? Das allererste Mal? Boah, das wäre ja... Wo können wir denn anfangen? 1940 geht auch. Mit 80. Mit 84 können wir jetzt hier. Äh, 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 äh. Nee, kann man leider nicht. Man kann nicht soweit zurückscrollen. Man kann nicht soweit zurückscrollen. Hm. Ein Engelbogen-MC-Blödglas. So, so. Ein Engelbogen. Ach, ein Regenbogen. Das hier, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Das habe ich hier seitdem ich hier eingezogen bin, vor sechs Jahren. Neun Jahren. Scheiße, so lange wohne ich hier schon? Neun Jahren. Ähm, so weit geht die leider nicht. Na gut. Dann bleiben wir bei 2001. Wir sind ja eine junge Person. Hier können wir dann auch hinterher die Managerfähigkeit auswählen. Auch das wird eine wichtige Sache für euch werden. Helmut, rat, bist du es? Auch das wird eine wichtige Sache hinterher für euch werden. Dann, ähm, ihr könnt mit dem Start-Manager-Level, das werden hinterher eure vorhandenen Manager sein. Euer Spielstand ist unabhängig von eurem Manager. Ihr könnt also einen Manager hochleveln in einem Spiel. Und wenn ihr ein neues Spiel beginnt, könnt ihr den Manager mit all den Fähigkeiten, die er bekommen hat, in das neue Spiel mit reinnehmen. Ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig. Und wir können hiermit das Familienfeature aktivieren. Das hat so ein bisschen Roleplay-Elemente mit bei. Äh, Lame Büh. Moin, moin, hallo. Wisst ihr was? Ich reveale jetzt hier tatsächlich meinen, äh, meinen, meinen, äh, Geburtstag. So, bitteschön. Ihr seid jetzt diejenigen, die mitbekommen haben, wie alt ich bin. Wir können hier unten festlegen, welche Nationalität wir haben. Bladimoin. Welche Sprachen wir sprechen, können wir drei Sprachen auswählen. Und können dann weitergehen. So. Junger Hüpfer, süß. Ja, natürlich, natürlich. Wenn ich 40 bin, dann sagen mir die 60-Jährigen, dass ich ein Jungspund bin. Wenn ich 60 bin, sagen mir die 70-Jährigen, dass ich ein Jungspund bin. Das ist immer so. Das ist immer so. Noch grün hinter den Ohren. Mhm, mhm, mhm. So. Heiligax, ich grüße dich, hallo. Und Todi, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Äh, Todi, du hast doch wegen dem, ähm, wegen, wegen Pacific Drive gefragt, ne? Morgen kommt ein Video dazu raus auf YouTube. Um 18 Uhr. Mein Community-Alter mit mir, beziehungsweise voraus. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier schon den ersten Punkt. Gibt es Schalke als Sprache? Das passt nicht zum Haaransatz. Ich habe schon 20-Jährige kennengelernt. Die haben eine Komplettglatze gehabt. So. Ähm, dann können wir jetzt hier festlegen, welchen Familienstand wir haben. Das ist mein kleiner C-Elter. Wollt ihr jetzt einen Blumentopf, dass ihr alt geworden seid? Hier können wir dann sagen, wir wollen entweder mit einer Frau starten. Wir müssen nicht mit der Frau starten. Wir können auch diesen Familienstand, wenn wir ihn haben, komplett rauswerfen. Das war dieser grüne Haken, den ich euch am Anfang gesagt habe. Und dann können wir gleichzeitig auch noch ein Hobby von uns angeben. Nämlich, wir können hier sieben Kinder festlegen, wenn wir wollen. Bis zu sieben Kinder. Ne? Damit haben wir dann auch definiert, was unser Hobby ist. Und es ist in dem Fall nicht Mord, sondern was anderes. Und, äh. Und sie ist aber 1960er Jahre. Ja, also man muss ja auch mal, also wo die Liebe hinfällt. Ich meine, ist ja jetzt auch kein Problem. Also geht alles. Du Schlingel, ja. Jetzt können wir hier festlegen, mit wem wir da loslegen wollen. Also mit wem wir loslegen, mit wem wir verheiratet sein wollen. Rangirina. Ich glaube, ich lasse Rangirina. Ich lasse Rangirina. Zehn Jahre alt, mit sieben Kindern geht das? Ich glaube schon. Ich glaube, da gibt es keine Umrechnung für. Und, äh, der Nachname können wir hier festlegen. Den Geburtsort können wir hier festlegen. Wir können sogar festlegen, welches Haustier wir haben wollen. Und was für ein Haustier das dann hinterher sein soll. Zum Beispiel ein, ähm, eine Ratte. Und die nehmen wir dann Red. Das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Also wir können ein Haustier festlegen, wie eine Ratte. Und, äh, und können dann Red sagen. Oder wir nehmen, hm, wen haben wir, wen haben wir so? Einen Huhn? Hast du einen Huhn gesehen? Einen Huhn haben wir nicht. Einen Huhn geht tatsächlich nicht. Hamster können wir, äh, Hamster, Hamster, Hamster geht auch nicht. Pferd. Pferd. Äh, Meerschmeinchen geht. Meerschmeinchen geht. Schildkröte Speedy. Okay, wir nehmen die Schildkröte Speedy. Finde ich wirklich ganz cool. Speedy. So. Schildkröte Speedy. Also das ist einfach nur so ein bisschen, äh, bisschen Spielspaß, den ihr hier mitnehmen könnt. Ihr könnt dann auch sagen, welchen Beziehungsstatus ihr zueinander habt. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Ähm, Alimente zahlen, äh, vor Gericht, dritter Scheidungsprozess, ähm, Affäre unverheiratet, zwei Affären unverheiratet, äh, Haus im Malibu mit einer Affäre, Haus in Genf mit einer Affäre und zu Hause wartet dann eine, eine Ehefrau mit acht Kindern. Das könnt ihr alles so einstellen, wie ihr es möchtet. Ich glaub, so detailreich geht's dann hinterher nicht. Deutscher Kontrolleur, moin, grüß dich, hallo. Gab's schon einen Release, der ist nächsten Dienstag, am 4. März. Und ihr könnt sagen, was für einen Charakter sie hier haben wird. Also ob sie zum Beispiel ehrgeizig ist, frech ist, einfach nur ein bisschen RPG-Elemente reinzubringen. Ähm, ja, genau. Und Verein für Simulation können wir bei ihr wählen. Ähm, hier können sie ihren Partner und ihre Kinder, Kinder und Enkel eintragen. Diese werden dann zum Spiel simulieren. Und Nachwuchs kann sogar den Sprung zum Profi schaffen. Privatleben simulieren brauchen wir jetzt gerade nicht. Äh, wir gehen also einen Schritt weiter. Und dann können wir uns den Schwierigkeitsgrad auswählen. So. Demo? Ne, das ist die Vollversion. Wir spielen die Vollversion hier gerade. Das ist die, die komplette Vollversion, die wir hier haben. Dennis Stübeling, Servus, grüß dich, einen wunderschönen guten Tag. Und hier können wir dann sagen, leicht, normal, schwierig. Oder wir können uns das auch alles individuell einstellen, dass wir hier Hardcore-mäßig irgendwas nutzen können. Kyle Klamper-Vibes. Wir lassen das mal auf den normalen Schwierigkeitsgrad und schließen dann ab. Jetzt können wir uns festlegen, wo wir denn loslegen wollen. Ähm, ist das die Vollversion? Das ist die Vollversion-Demo, ja. Ja. Okay. Startland lassen wir auf Deutschland. Und dann können wir gucken, in welche Richtung wir hier gehen möchten. Bauzeit Berlin. Nice. Warte mal. Ähm, habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Bauzeit Länge Berlin. Bauzeit. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Wie gut ist das denn? Bauzeit keine Kurz oder Berlin. Ah, das ist gut. Das Spiel spielt auch mit Humor. Also wer die Anstoßteile von früher kennt, Humor ist hier eine ganz große Sache. Ähm, die wird hier, die wird hier regelmäßig mit aufkommen. Humor ist überall mit dabei. Hier sind übrigens auch offizielle, ähm, offizielle Medien mit drin. Ich glaube, der Kicker ist hier mit involviert. Also der Kicker, äh, Sportzeitung, Sportmagazin, Sportapp, Sportmedien, ähm, so im deutschsprachigen Bereich. Vor allem auf Fußball fokussiert. Die haben hier drin auch Anteile. Okay. Dann können wir hier festlegen, was wir denn spielen möchten. Wir können hier sagen, wir wollen die Weltmeisterschaft spielen, Europameisterschaft spielen. Wir können selber einen Verein gründen. Wir können eine Karriere angehen oder wir können einen Verein auswählen. Vereinsgründung würde bedeuten, wir fangen von Null an und bauen uns dann langsam auf. Oder wir können eine Karriere anstreben, in der wir von irgendeinem Verein aufgekauft, entschuldigt bitte, aufgekauft werden müssen, beziehungsweise unter Vertrag genommen werden müssen und loslegen müssen. Äh, jedes dieser, dieser Starts orientiert sich ein bisschen anders. Bei der Karriere ist es zum Beispiel so, dass ihr einen Fragenkatalog ausfüllen müsst, um zu zeigen, wie gut ihr mit Fußball euch auskennt. Und Vereinsauswahl, ja, da suchen wir uns halt einfach einen Verein aus. So. Wo gibt's denn sowas? Lustige Spiele? Ich hab mir überlegt, ich würde gerne mit euch eine Karriere starten, weil wir bei Vereinsgründungen, ist zwar schön und gut, aber eine Vereinsgründung dauert extrem lange. Also wirklich extrem lange. Da brauchen wir, äh, da brauchen wir sehr viele Datensätze, die wir selber überarbeiten müssen, bevor wir dann hinterher wirklich ins Spiel versinken können. Ne? Das ist ja wohl ein wunderschöner Tag. Deswegen Berlin lange, so ungefähr. Deswegen gehen wir auf Karriere. Entscheiden Sie sich für eine realistische Karriere, müssen Sie zunächst einige Fragen zu Ihrer Person und zum Fußball im Allgemeinen beantworten. Dann uns aber reiten wir Ihnen zu, äh, bis zu drei Angebote von Vereinen, die perfekt zu Ihnen passen. So. Wer, du spielst Bayern? Ja, die gibt's ja nicht hier drin. Die gibt's ja nicht hier drin. Es gibt, es muss ja alles hinterher per Mod eingefügt werden, die es dann aber direkt bei Release schon geben wird, die jeweiligen Fan-Mods. Gut. Karriere spielen. Und jetzt haben wir hier Fragen, die wir beantworten müssen und unten läufende Zeit durch. Das heißt, wir haben gar nicht ewig Zeit. Haben Sie selbst Fußball gespielt? Ja, ich war Profi. Ja, aber nur im Amateurbereich. Äh, ein guter Hockey muss kein Pferd gewesen sein. Ja, ein guter Hockey muss kein Pferd gewesen sein. Das machen wir mal. Also, okay. Was war Ihr größter Erfolg, der etwas mit Fußball zu tun hatte? Mein Lieblingsverein ist Serienmeister. Ich bin Schalke-Fan. Weltmeister 2014, Elfmeter in der Pause versenkt, Freizeit-Turnier gewonnen. Der etwas mit Fußball zu tun hatte. Äh, Gaius, grüß dich. Weltmeister 2014, da war ich mit dabei, ne? Also, ich hab zu Hause, war ich, glaube ich, der beste Trainer auf der Couch. Dick Pit, grüß dich. Welche Fußballvariante aus dem richtigen Fußball interessiert Sie am meisten? Tischfußball? Fußballgolf? Walking Football? Beach Soccer? Tatsächlich mag ich Beach Soccer am liebsten. Beach Soccer ist nämlich auch richtig schön anstrengend. Ja, GF Master, niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. Wie viele Berufserfahrungen haben Sie außerhalb des aktiven Sports? Ich hab schon vier Jahre gearbeitet, noch nicht so viel. Geh noch in die Schule oder studiere, bin schon pensioniert. Gefühlt bin ich das hier, aber ich glaube, ich bin dann doch eher hier. Ich hab schon viele Jahre gearbeitet. Sind Sie eher Trainer oder Manager? Das ist leicht zu erklären. Ich bin eher Manager. Wobei, also, ich war auch Sporttrainer. Also, ich war Trainer im Kampfsport. Das, das war ich schon. Aber ich mach lieber Manager-Sachen. Oh, was bin ich denn eher? Was ist das hier für ein psychologischer Test, der mich unter Druck setzt? Verdammt nochmal. Was ist denn hier los? Gott, beides, beides. Wir nehmen beides. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin keine entscheidungsfreudige Person. Wir nehmen beides. Besitzen Sie echte Trainererfahrungen? Natürlich, ich hab mehrere Jahre lang erfolgreich als Trainer gearbeitet. Bisher war ich vor allem im Jugendbereich aktiv. Ich spiele die Spiele für unser Hobby-Team und ich war für die Aufstellung zuständig. Das ist für mich Neuland. Ja, Jugendbereich war ich nicht, aber ich war jetzt auch nicht für Profi-Teams unterwegs. Dann machen wir das hier mit Jugendbereich. Es soll wohl Gegenden um Gelsenkirchen herum ergeben. Also quasi alles, die sofort zum Steiningen aufrufen. Ich bin sogar da geboren. Also das ist meine Ausrede. Eine Fachfrage. Was ist El Chaos? El Chaos? Spanische Wort für Hühnerhaufen. Eine Trainingsform für zwei Spiele auf einem schmalen Feld mit Toren. Das Ziel des Tiki-Taka. Lücken in der gegnerischen Verteidigung reißen. Spanischer Begriff für fünf gegen zwei. Hä? Was ist das? Was ist ein El Chaos für ein... Hä? Also es gibt hier sehr viele Fragen. Was ist das? Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich sage hier der spanische Hühnerhaufen. Drei? Okay. Drei. Ey, habe ich hier ausgewählt. Wie hoch ist die Umsatzsteuer bei der Verpflichtung eines Spielers? Vollersatz, reduzierter Satz, 0%. Das mache ich selbstverständlich über Panama. Ich glaube, reduzierter Satz ist die Verpflichtung von Spielern, oder? Ist die in Deutschland auch so? Haben sie nicht letztens den Umsatz... Was war das denn nochmal? Ich glaube, reduzierter Satz. Etwas Persönliches. Wie wichtig ist Ihnen eine gesunde Ernährung? Ja, gut. Wenn man nicht kicken kann, kann man sich noch so gesund ernähren. Dann kann man immer noch nicht kicken. Man muss schon aufpassen, wenn der Berg Nudeln auf dem Teller ständig größer ist als die eigene Faust, dann wird man dick. Sehr wichtig, daher bin ich auch ein eingefleischter Vegetarier. Ja, wenn man nicht kicken kann, dann kann man sich noch so gesund ernähren. Dann wird man trotzdem kein Kicker. So ist das. Wie lange sind Sie pro Woche in den sozialen Medien unterwegs? Ich bin ein Digital Native und eigentlich ständig online. Etwa eine Stunde am Tag, mal mehr, mal weniger. Beste Entscheidung meines Lebens war, dass ich soziale Medien ignoriere. Ja gut, da ich mein Geld damit verliere, mache ich mal das hier. Haben Sie eine besondere Strategie für den Umgang mit Stars? Ich bewundere große Spieler. Stars sind wichtig, aber das Team ist nur so gut wie der schwächste Spieler. In jeder Mannschaft gibt es liebe Jungs und Dieven. Ich verhandle alle gleich. Der Star ist die Mannschaft. Kein Spieler ist so groß wie der Verein. Ja, ich mache das hier. Also wir müssen uns natürlich immer am schwächsten orientieren. Egal wie gut wir vorne mit dabei sind. Ja. Du verlierst dein Geld damit? Ja. Hallo, hier ist ein Zeitdruck. Sobald unter Zeitdruck kann Ranger nicht arbeiten. Wie viele Elfmeter werden verwandelt? Etwa 72%, etwa 76%, etwa 80%. Ist das hier die Führerscheinprüfung oder was? Wer hat Vorfahrt? Wann weiß ich denn welche? Wie viele Elfmeter verwandelt werden? 72%? Ey. Das sind so Sachen, die hört man irgendwann mal im Doppelpass. Vier? Es gibt keine vier. 72%. Nehmen wir an, ein Spieler verliert seinen Schuh, nimmt ihn in die Hand und trägt damit den Ball ins Tor. Gilt der Treffer? Hä? Ja, die Saison neu eingeführt worden. Ja, ein Spieler aus Guatemala hat damit eine Meisterschaft sogar mal zur WM geschossen. Natürlich nicht, das ist ein Handspiel. Natürlich nicht, das ist grob unsportliches Verhalten. Was ist das hier? Wo sind wir denn? Was ist denn das hier für? Hä? Vielen Dank, wir geben jetzt alles in den Computer ein und dann haben wir den perfekten Club für Sie. Zwei? Also ich weiß, dass viele Gegebenheiten von hier tatsächlich auf realen Sachen im Fußball basieren. Und jetzt? Achso, hier oben müssen wir jetzt drauf drücken. Rapper, grüß dich. Memmingen, Edewecht und Norderstedt. Es gibt doch manchmal Norderstedt auf hier im Chat. Ist Norderstedt gerade da? So. Okay, jetzt haben wir Angebote von drei Vereinen bekommen, die uns jetzt unter Bedingungen sagen, wie sie uns dazunehmen würden. Memmingen, Edewecht und Norderstedt haben wir. Ja, ähm, nimm Memmingen. Wir müssen jetzt die Verträge uns anschauen. Wir bekommen jetzt Vertragsangebote von denen. Und zwar nach und nach. Wir können uns nicht alle gleichzeitig angucken. Wir haben jetzt hier, Memmingen würde sie gerne verpflichten. Es gibt starke Widerstände gegen ihre Verpflichtung. Bis Ende Saison 24, 25. Saisonzielprämie 2.400 Euro. Ja, super. Damit kann ich mich finanzieren. Handgeld 5.400 Euro. Titelprämie 6.000. Gehalt 30.000. Wir sehen hier die Übersicht. 17. Tabellenplatz. Ach du Scheiße. Die haben, was haben die denn hier schon mal gewonnen? Die haben schon mal was gewonnen. Sind 4. Liga in Bayern. Bester Spieler Marco Schülke. Balbin Bilic, größtes Talent. Königstransfer Balbin Bilic für 340.000. Marco Schülke, wertvollster Spieler für eine halbe Million. Hm, Kaffeesatzleser. Einen wunderschönen guten Tag. Du wärst für Edewecht. Ich bin tatsächlich entweder für Memming oder für Norderstedt. Norderstedt, weil ich halt im Norden viel Zeit meines Lebens verbracht habe. Machen wir das mal so. Eins für Memming. Zwei, wenn wir Norderstedt nehmen sollen. Was von beiden wollt ihr lieber nehmen? Eins für Memming. Zwei für Norderstedt. Ja, da sind die Zweien. Da sind die Zweien. Da sind sie, meine Zweien. Da sind sie. Eins, die mögen dich nicht. Nein, das heißt, wir müssen jetzt den hier ablehnen. So. Dann Edewecht. Wollen wir ebenfalls ablehnen. Und dann haben wir hier... Oh, die geben uns sogar das meiste Geld. Es gibt starke Widerstände gegen ihre Verpflichtung. Ich habe die Windmühle angetan. Okay. Die sind aber Elfter Platz. Vierte Liga Nord. Da können wir auch mehr mit anfangen. Teamstärke hat vier Bronzesterne. 3,5. Und Marktwert 3,3 Millionen. Memming steht so schon mit Missgabeln vor deiner Tür. 2200 Saison. Zielprämie. 9000 Handgeld. Titelprämie. 7.644.000. Alles klar. Okay. Hier können wir nochmal allgemein alles ansehen. Sehen wir uns aber hinterher auch nochmal an. Alle zu dem Club mit dem meisten Geld. Und wir können hier noch bestimmte andere Sachen sagen. Zum Beispiel nach einer Entlassung bekomme ich 100% statt 50% des Restgehalts. Ich hätte gerne einen um ein Jahr kürzeren Vertrag. Einen um ein Jahr längeren Vertrag. Oder wenn ich gehen will, darf ich im letzten Vertragsjahr jederzeit überall hin. Wir sind jetzt in der Saison 23,24, wenn wir das Spiel starten. Also sind wir ein, zwei Jahre da. Das heißt, ich mache das hier. So. Moin Miets. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Das werden wir dann annehmen. Achtung, wenn Sie ablehnen, starten Sie das Spiel als arbeitsloser Manager. In diesem Fall müssen Sie zunächst abwarten, welche Vereine Ihren Manager entlassen und Ihnen dann ein Angebot machen. Marktwert Norderstedt 1 Terodde. Ich kriege für Missmanagement auch noch. Natürlich. Grüße aus Norderstedt. Herzlich willkommen bei Norderstedt. Sehr schön. Ihre neuen Kollegen haben zur Begrüßung einen Blumenstrauß und eine Flasche Sekt auf ihren Schreibtisch gestellt. Oh, Schampus für den neuen Trainer und Manager. Ich bin nämlich beides in Personalunion. Ich bin Felix Maggert. Bei den Fans ist man sich einig, dass die großen Alternativen auf dem Trainermarkt derzeit fehlen, sodass man ihnen eine Chance geben sollte. Ja gut. Rotkäppchen. Den guten, billigen Rotkäppchen haben sie uns da hingestellt. Ist der billig? Ich trinke keinen Sekt. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Kürze werden Sie dem Team vorgestellt und können den Spielern sagen, was sie erwartet. Wir wünschen Krelix Ranger. Mhm. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihren neuen Aufgaben und dem, was das werden Sie brauchen. Okay. Noch schlafen Sie im Hotel. Noch. Aber auch die erfolgreichste Kälterei. Das sieht man mal, ne? Günstig verkauft sich. Heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 23-24. Los geht's. Los geht's. Markus, moin. Keine Bärenfalle unter den Tisch stellen. Ist das, äh, überhaupt nicht, Rokop. Also was heißt überhaupt nicht? Das ist natürlich trotzdem eine Simulation, aber es ist nicht so, ähm, es ist nicht so, warum ändert sich denn das Bild hier im Hintergrund nicht? Das ist ja seltsam für euch. Ich hab hier ein ganz anderes Bild. Warte mal, ich zeig euch das mal. Guck mal, so sieht das Bild aus, was ich jetzt gerade hab. Hä? Gut, ich geh mal weiter, mal gucken, was dann passiert. Onkel Conan, Mahlzeit, hallo. Also das hier ist auf jeden Fall schon mal einfacher orientiert. Ich mach das hier an. Der zeigt euch nicht an, was da passiert sonst. Ich seh die Maus nicht mehr. Jetzt muss ich, hä? Warum? Jetzt muss ich bei OBS gucken, dass er die Ma... Warte, wo ist die Maus? Ist die jetzt oben? Vier Aktionspunkte erhalten. Grundausstattung. Der ist wie der EA-Manager von damals, genau. Wartet mal. Was ist denn das jetzt für... Jetzt hab ich... Ich muss jetzt hier drüben leider hingucken, um das alles weiterzumachen. Also, Saisonplanung. Unser Ziel ist Platz 15. Sagen wir Platz 15. Ja, ist in Ordnung. Budget ändern. Unser Budget diese Saison ist 778.000. Ranger wirkt verwirrt. Ja, ich muss hier rüber gucken. Die Maus, die ihr seht, die seh ich nicht. Also, ich seh die auf OBS aber, dass die Maus da ist. Wir können Aktionspunkte einsetzen. Wo ist die Maus? Da. Dann haben wir Vereinsvermögen. So, Präsidium. 82 Zufriedenheit. Letztes Jahr 82. Fernsehgelder Liga. Okay, wir gehen jetzt mal auf Aktionspunkte einsetzen. Sie haben zusätzlich zwei Verhandlungspunkte. Möchten Sie Aktionspunkte wirklich einsetzen? Das seht ihr jetzt nicht... Was ist das denn, bitteschön? Also... Da habt ihr es kurz gesagt. Ah, da ist es. Wie lustig ist das denn, bitteschön? Habe ich eigentlich SD-Anime? Habe ich dir eigentlich danke gesagt? Dankeschön. Vor 17 Minuten? Dankeschön für deinen Sub im zehnten Monat. Ey, Entschuldigung. Oh Gott, ist mir das peinlich jetzt. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Falls du noch da bist und nicht bewut, denn Brand den Ranger jetzt gerade de-abonniert wieder hast. Entschuldigung. Danke vielmals. So. Dann drücken wir mal auf OK. Zwei zusätzlich Verhandlungspunkte. Möchten Sie dieser Aktionspunkt wirklich einsetzen? Sie halten es weit. Gehen brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Abbrechen. Wartet. Jetzt muss ich so aktualisieren. Und dann gehen wir mal hier oben drauf. Eine Runde weiter. Trikots festlegen könnten wir jetzt auch noch. Das lassen wir mal standardmäßig. Ihr könntet jetzt aber hier die Trikots festlegen, wenn ihr wollt. Wir lassen die jetzt einfach mal so. Okay. Und jetzt können wir sagen, wie... Jetzt sehe ich auch die Maus wieder. Aber ihr seht jetzt wieder die falsche. Jetzt sehe ich nichts mehr. Nun... Also... Ja. OBS neu starten. Nee, nee. Mit OBS hat das nichts zu tun. Mit OBS hat das da nichts zu tun. Das ist... Hier ist einfach eine Maske drüber gelegt worden. Na gut. Na gut. Ja. Platz 15 muss reichen. Also. Mannschaft. Alter. Ich setze auf Erfahrung. Das Alter spielt keine Rolle für mich. Ich setze auf die Jugend. Tatsächlich bin ich eher ein Fan davon, auf die Jugend zu setzen. Ich bin immer noch der Meinung, junge Schlüsselspieler sind recht interessant und wir wollen auf die Jugend setzen. Form. Die aktuelle Form ist nur ein Faktor. Jeder kann sich im Training anbieten. Und die Tagesform entscheidet. Jeder kann sich im Training anbieten. Rotation. Wir rotieren viel. Jeder bekommt bei mir seine Chance. Ich setze auf eine Stammelf. Auch hier werde ich auf eine Stammelf setzen. So. Just good business. Grüß dich. Alter ist doch nur eine Zahl. Genau. Alter Shaming. Strategie. Ziel ist ein langsamer Aufbau. Wir wollen uns mittelfristig verbessern. Ziel ist ein kurzfristiger Erfolg. Wir wollen uns mittelfristig verbessern. Und spielweise. Wir spielen offensiv. Ich will eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Die Null muss stehen. Nee. Komm. Ganz ehrlich. Wer vorne mehr Tore schießt, als hinten reinbekommt. Der ist auch grundsätzlich erfolgreich. Dann gibt es unter mir Sachen, die wir für den Transfermarkt festlegen können. Zum Beispiel. Aus dem Jugendjahrgang muss es einen Spieler schaffen. Ich kaufe nur Spieler, die ich teurer weiterverkaufen kann. Und wir kaufen Spieler nur, die uns weiterbringen. So. Also. Gehen wir weiter. Du hast nichts ausgewählt. Von denen da unten wollte ich auch nichts auswählen. Und jetzt können wir hier die Rückennummern festlegen. Welche Rückennummern wir verwenden wollen. Wir haben jetzt hier unsere Spieler. Das sind alle standardmäßig erstellte Spieler. Ich glaube, die sind in der KI sogar generiert worden. Das kann ich jetzt aber nicht zu 100% sagen. Ihr seht aber. Achtet mal auf die Augen. Weil ihr seht gar nichts von denen. Das ist aber auch hier. So. Okay. Ähm. Ihr seht die Augen von denen. Wie die Augen sich hier. Das ist so seltsam. Warte mal. Ich versuche mal was anderes. Ich versuche mal eine Fensteraufnahme. Ne. Reicht nicht aus. Das ist ja seltsam. Das ist ja absolut seltsam. Gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir aus diesem Bildschirm hier gleich rauskommen. Patia. Grüß dich. Hallo. Muss man hier ein Fußballer sein oder geht auch Handball? Weil ich habe selber auch nur Handball gespielt. Aber ich bin Fußballfan. Toram. Dankeschön für deine fünf verschenkten Subs. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Ein Fanstar. Fanstar Aufnahme. Ja. Wir gehen hier auch nochmal weiter. Ich muss jetzt hier keine Rückennummern vergeben. Die Mannschaft gucken wir uns später an. Und dann sind wir im Spiel selber drin. Aber ihr noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier zurückgehen. Ich werde jetzt einfach mal gleich speichern. Oder auch nicht. XXL. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ah, jetzt hat es sich aktualisiert. Ah, jetzt ist es da. Jawohl. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Okay. Das ist auch. Dann habe ich auch vorher noch nie gehabt. Multiple Streams pro Bildschirm. Und sag uns, wo wir hingucken müssen. Ja, das stimmt. Ja, das geht natürlich auch. Sekt mit Marte. Einen wunderschönen guten Tag. Sind das reale Spiele oder einen Top-Club später? Oder sind die Komplexitäten... Und wie ist die Komplexität des Spiels? Reale Spieler sind es nicht. We are Football hat offiziell keine Lizenz. Aber hat es schon an Modder rausgegeben. Und die Modder werden zum Release, der ist nächsten Dienstag, am 4. März, werden die Spieler offiziell lizenziert sein. Also, nee. Nicht offiziell. Nein, nein. Nicht offiziell lizenziert sein. Falsch. 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 Wird eine Mod da sein, in der die offiziellen Spieler drin sind. Eine Fan-Mod. Mit der hat dann THQ Nordic und mit der haben We are Football nichts zu tun. Aber die Modder haben dann schon mal losgelegt und ihr könnt dann einfach über den Editor diese Mod runterladen und habt dann alle mit drin. 2023 hat echte Spieler. Ja, aber 2024 nicht. Das ist eine Geldfrage gewesen. Weil We are Football dieses Jahr dann keine Lizenzen geholt hat und das dann quasi über Editoring lösen möchte. So, Teamwert ist 4 Millionen. Kontostand 268.000. Vereinsbudget 778.000. Nächstes Spiel in 40 Tagen gegen Rauter Hamburg. Aha. Der heilige Rauter hat einen eigenen Verein. Wir haben momentan eine neue Hoffnung. Motivation endet nach drei Niederlagen. Und jetzt müssen wir uns zum Wochenstart festlegen, was wir für Schwerpunkte diese Woche haben möchten. Einmal, welchen Trainingsschwerpunkt soll es geben? Da können wir mit einem Klick drauf auswählen, was wir haben wollen. Also zum Beispiel, wie viele Ligen gibt es? Jetzt glaube ich nur vier Ligen in der offiziellen Version. In der Fan-Mod wird es dann hinterher alle Ligen geben. Also ich glaube bis zur Oberliga runter. Es kommt halt drauf an, wie die Modder unterwegs sind. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Es hängt ein bisschen von den Moddern ab. Blöde Frage. Besser als der Football Manager 2024 von Sega. Es kommt so ein bisschen drauf an, was du haben möchtest. Wenn du eine unfassbar krasse Komplexität haben willst, bei der du wirklich auch bestimmst, mit wem die Spieler verkehren dürfen, sage ich mal so, dann ist der Sega Football Manager besser. Wenn du eine einigermaßen fordernde, aber trotzdem gut spielbare Simulation haben möchtest, dann RUIA Football 2024. So. Und wir wollen dann mal hier schauen. Fitness können wir festlegen. Offensivspiel, Defensivspiel, Abschlüsse. Ihr seht schon, hier drin geben wir einfach nur einen Schwerpunkt vor. Im Football Manager würden wir zum Beispiel auch genau im Detail festlegen können, welche Sachen dann dort spezieller trainiert werden sollen. Wir werden jetzt mal hier auf Fitness lassen. Wir können uns selber einen persönlichen Schwerpunkt festlegen. Spielerförderung, Organisatorisches, Finanzen und Sponsoren. Das ist gerade so das, was wir am Anfang wollen. Und wir könnten hier unten individuell noch ein paar Spieler fördern. Das lassen wir auch. Scott Bitter ist bei uns, hat seinen Trainingsziel noch nicht so erreicht. Und wir gehen einen Schritt weiter. Jetzt sind wir hier in dem Bereich. Ich muss mir mal eben, weil es hier so viel zu labern gibt, muss ich mir einmal kurz einen Schluck zu trinken. Und ich bin in einer Sekunde wieder da. So, okay. We are Football, genau. We are Football is Arcadiga. Ja. Ja. Das ist richtig. Das wollen sie tatsächlich auch damit erreichen. Ja. Okay. So. Jetzt haben wir das Hauptmenü hier von uns. Das Hauptmenü, in dem wir den Großteil einstellen können. Übrigens auch nochmal hier erwähnt. Wir machen heute Giveaways. Das heißt, wir haben drei Keys. Drei Keys, die wir heute für das Spiel verlosen werden. Für das hier. Der allererste Key, der wird direkt verteilt werden. Weil den Key habe ich vom Publisher erhalten. Der, die glückliche Person, die da gewinnt, kann also so schnell wie möglich loslegen. Die anderen beiden Keys werden im Nachgang verlost. Weil ich die aus meiner eigenen Tasche bezahle. Und dafür muss ich, äh, dafür muss ich halt warten, bis man die kaufen kann. Und dann werden die hinterher verlost, äh, werden. Und dann werden die hinterher verlosen. Funginius fasst es eigentlich ganz gut zusammen, genau. Ja. So. Okay. Also. Was haben wir jetzt hier für eine Oberfläche? Die Oberfläche ist immer thematisch so ein bisschen an die Hauptfarben des Vereins angelehnt. Ähm. Wenn, wenn man so festlegen möchte. Ne. Zellab, Babe, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir sehen hier zum Beispiel in der zentralen Angelegen allgemein, zentrale allgemein, sehen wir, ähm, was zum Beispiel die Beliebtheit für unsere, für uns ist. Von Seiten der Präsidiums, Spieler und Fans. Wir gehen einmal durch das komplette Menü durch. Das ist viel, deswegen versuche ich das schnell zusammenzufassen. Und dann gehen wir, äh, von vornherein los. Wir sehen die Entwicklung der Mitglieder und der Fans. Wir sehen unser Budget und das Transferbudget für die nächste Saison. Lass mich raten, mit, äh, Ausrufezeichen Giveaway mache ich nicht beim Giveaway mit. Genau. Mit Ausrufezeichen Giveaway macht ihr nicht beim Giveaway mit, weil das im Giveaway nämlich nicht offen ist. Wer hier häufiger zuschaut, weiß wahrscheinlich, dass ich das Giveaway immer zu einem bestimmten Zeitpunkt mache, damit wir dann halt nicht hinterher Gefahr laufen, dass die Person nicht da ist. Wir sehen den Teamgeist samt Entwicklung. Wir sehen die Kondition, die Frische der Spieler. Defensiv mit langen Bällen ist die Spielphilosophie. Die werden wir jetzt aber mal umändern. Bus vor dem Tor parken. Was? Park the Bus. Immer schön bei FIFA damals eingestellt. Park the Bus und dann richtig mit allen hinten rein. Mit zwölf Mann hinten reingestellt. Spielzerstören und direkte Pässe. Defensiv mit langen Bällen. Ach, alles gut. Aber das war jetzt gar nicht auf dich gemünzt. Das war gar nicht auf dich gemünzt. Aber herzlich willkommen. Ballbesitz, Fußball, kontrollierte Offensive, Angriffsfußball mit kurzen Pässen, direkter Angriffsfußball. Wir werden kontrollierte Offensive nehmen. So. Dann haben wir hier Zuschauerschnitt. Sehen wir auch nochmal komplett. Und jetzt möchte ich euch im Vorfeld einmal zeigen, was ich bei diesem Spiel ganz besonders cool finde. Und das ist einmal dieser Bereich hier. Stadionausbau. Wir klicken mal da drauf und dann sehen wir unser Stadion. Hier sehen wir nämlich dann einmal dargestellt, äh, Venenarius, vielen lieben Dank für deinen, für deinen Verschenken-Sub. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Hier können wir dann festlegen, wie die Tribünen bei uns aufgebaut werden sollen. Hier oben sehen wir, wo sich diese Tribüne jeweils befindet. Im Stadion selber. Und wir können sogar festlegen, was hier übereinander gebaut wird. Wir können sagen, Stehplätze sollen hierhin gebaut werden. Dann sollen da drüber Sitzplätze kommen. Da soll dann nochmal eine Bandenwerbung rein. Dann kommt da drüber eine Loge, dann kommt eine Loge mit Videoringen und dann kommt ein Dach oben drauf und können das dann hiermit, ähm, festlegen, wie wir das dann einfach haben möchten. Können uns das dann zusammen komplett definieren. Und jetzt sagt ihr, ja, okay, ähm, gut. Und jetzt sehe ich halt die ganze Zeit diesen Bildschirm. Und dann sage ich euch in dem Moment, ja, tut ihr. Außer ihr klickt hier oben drauf. Dann seht ihr alle Änderungen, die ihr dann durchführen werdet, direkt in eurem Stadion angepasst. Ich habe das alte We Are Football gespielt, damals bei Release, aber das ist schon echt lange her. Ich habe auch nicht so viel gespielt. So viel gespielt. Der Hot Seed. Hot Seed ist auch im Spiel. Mit bis zu vier Spielern. Penguin is watching your wunderschönen guten Tag. Muss ich an meinen Waffeln denken. Und nochmal vielen lieben Dank für den verschenkten Sub. Denarius, Dankeschön. Genau. Und dann könnt ihr das hier drin sehen. Das wird jetzt gleich aber nochmal sehr viel interessanter werden. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Auf jeden Fall, hier seht ihr dann, hier könnt ihr dann aufbauen. Ihr seht unter meinem Bild nochmal den Kontostand. Das Budget, die Kosten, die Bauzeitlänge. Wir können hier den Baumodus dann auch aktivieren oder den Abrissmodus aktivieren. Vielen Dank für den Follow. Ich muss übrigens mal die Alerts hier drin wieder anmachen. Fällt mir gerade mal auf. Und ihr könnt die Kapazität hier mit des Stadions vornehmen, wie ihr möchtet. Ich persönlich brauche das jetzt nicht. Das lassen wir jetzt nochmal außen vor. Jetzt gehen wir aber zu dem nächsten Punkt rüber. Weißt du zufällig, ob der Spielstand der Demo übernommen wird? Ne, ich habe die Demo nicht gespielt. Ich habe tatsächlich auf das Vollspiel hier, Vollversion gewartet. Muss ich gestehen. Dann können wir aber hier beim Gelände das selbige tun. Bei Gelände ausbauen können wir dann nämlich jetzt hier reingehen. Und dann sehen wir das komplette Gelände unseres Fußballvereins vor uns. Und können dann hier zum Beispiel ein kleines Schwimmbad hinbauen. Ja, kleines Schwimmbad. Ist aber nicht so klein, wie ich mir gedacht hätte. Unterdruckhalle. Bauen wir uns hier hin. Luxus-Kantine. Kantine kommt hier hin. Ja, wo bauen wir denn noch was hin? Minigolf-Anlage. Ja, Minigolf brauchen wir auch noch. Setzen wir uns dann hier rein. Oder zum Beispiel ein Windrad, damit wir ein bisschen nachhaltiger als Verein sind. Setzen wir uns dann hier oben hin. Und das könnt ihr euch jetzt hier alles hinbauen, wie ihr gerade lustig seid und wie ihr gerade möchtet. Und auch hier könnt ihr dann in dem Fall sagen, hoppala, wenn ihr hier so das eine oder andere Ring gesetzt habt. Alles klar, ich möchte mir das bitte einmal in 3D-Sicht angucken. Und dann könnt ihr hier euer gesamtes Gelände anschauen in 3D-Sicht, wie sich das jeweils verhält mit den anderen Bauten drumherum. Und seht in der Ferne sogar euer Stadion, in dem ihr spielt. Dass es jetzt ein bisschen arm aussieht für den Verein, den wir hier haben. Ja, es ist jetzt keine fotorealistische Grafik, aber ich finde es schön, dass es einfach so dargestellt wird. Sowas hat man sich ja seit Anstoß gewünscht. So viel Platz für Photovoltaik. Violentwitch, auch vielen lieben Dank für den verschenkten Sub an Venenarios. Keine Ahnung, warum das bei dir nicht klingt, aber Dankeschön. Genau, das könnt ihr dann hier drin machen. Ihr könnt hier auch festlegen zum Beispiel oder sehen. Wir haben Infrastruktur, Zuschauerschnitt 0, Stadionauslastung 0, Büroauslastung 28 von 20, Status schlecht, Verbesserungsvorschlag, Trainingsplatz. Die Büroauslastung, die würde ich tatsächlich gerne angehen. Da würde ich mal gerne gucken. Wir können hier auch Straßen bauen. Frank Boyne. Also wir können ja auch sagen, okay, wenn jetzt hier alles so voll ist, dann können wir ja auch einfach mal hier entlang gehen. Und dann haben wir unser Aufbauspiel. Geil, oder? Das, also jetzt mal ohne Mist. Das ist doch geil. Also das finde ich Hammer. Ohne Scheiß. Das finde ich richtig gut. Ja, bevor ich jetzt hier, oder mit Wiese auch ein bisschen arbeiten. Und könnt hier noch mehr Wiese drüber ziehen. Ah, sowas mag ich. Bevor ich das jetzt aber baue. Ja. Wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Bürogebäude, würde ich jetzt mal sagen. Infozentrum, Trainingshalle. Wo kriegen wir denn Bürogebäude her? OP-Zentrum, Restaurant, Research-Zentrum, kleine Präsidenten, große Präsidenten-Villa. Würstchenbude stationär. Äh, Solaranlage, Fusion. Hier ist tatsächlich ein Fusionsreaktor. Ich dachte, das hat einer von euch gerade eben auch Spaß geschrieben. Hm. Oder wir bauen uns einfach erstmal nur einen Trainingsplatz. Trainingsplatz dann hier unten hinbauen. Oh. Naja. Wir lassen das vielleicht jetzt auch erstmal außen vor. Wir müssen das ja jetzt hier nicht alles angehen. Hier unten sehen wir dann nochmal den nächsten Spielerfortschritt. Teamgeist. Yo. Okay. Es gibt noch eine Besonderheit. Wenn ihr selber sagt, ich habe jetzt keine Lust, ähm, keine Lust lange zu warten, dann könnten wir eine Simulationsberechnung angehen. Schreiben nicht aus Spaß. Macht ihr wohl! Könnt eine Simulationsberechnung angehen und könnt ein Zieldatum festlegen. Können auch bis 2100 ausgehen und könnt dann Woche für Woche simulieren lassen, ohne dass ihr selber hier eingreifen müsst. Okay. Was ist gut, was ist schlecht, wird uns hier nochmal angezeigt. Und unter meinem, ähm, unter meiner Kamera gibt es überall dieses Ausrufezeichen. Ihr könnt euch überall Tipps zum jeweiligen Fenster anzeigen lassen. So. Eine künstliche Sonne. Was haben wir noch? Hier sehen wir einmal den Kader unserer ersten Mannschaft. Zusammengefasst mit Kader, Verliehene, Spieler. Wir sehen die Spielerbeziehungen zueinander, mit wem die gut können, mit wem die gemeinsam, mit wem die überhaupt nicht können. Sprechen keine gemeinsame Sprache. Ich denke mal, damit ist wirklich Sprache gemeint und nicht dieses, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Wir sehen die Team-Hierarchie. Frank Herbst ist zum Beispiel unser absoluter Profi. Der ist hier der Chef. Der hat das Sagen. Und wir sehen auch die Kabinenseismograph, an dem wir die Stimmung ablesen können. So. Kader. Dasselbe gibt es übrigens dann für die zweite Mannschaft. Brauchen wir jetzt nicht in der vierten Liga. Für die Jugend gibt es ebenliches. U19, U17, lokales, internationales Jugendcamp. Brauchen wir auch noch nicht. Es gibt eine medizinische Abteilung mit Ausfällen und mit den Ausfallarten. Da sehen wir einmal die komplette Krankheitsdatenbank, die hier im Spiel drin ist. Dann gibt es das Scouting. Das wir jetzt am Anfang noch gar nicht nutzen werden. Gerade in der ersten Saison. Beziehungsweise jetzt gerade vor Spielbeginn mit der vierten Liga brauchen wir jetzt noch nicht so sehr. Da werden wir jetzt hinterher eher nur warten. Transfers, Beteiligung. Wir sehen einmal unsere Organisation, Reisen und Sportliches. Und jetzt kommen wir langsam zu der Unterscheidung von Football Manager. Während der Football Manager sich darauf fokussiert, dass wir spielerische Nuancen setzen können, dass wir sehr detailreich ins Training angreifen können und eine Trainingssimulation haben, ist We are Football wirklich mehr die Management Simulation mit Trainer Aspekt. Während der Football Manager Trainer Aspekt mit Management Simulation, nee Trainer Simulation mit Management Aspekt ist. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit festzulegen, wenn wir eine Reise haben zu einem anderen Spiel, wie viel geben wir für eine Unterkunft aus? Wie glücklich macht das die Leute? Vier Sterne oder ein Stern? Wie viele Tage vor dem Spiel werden wir verreisen? Drei Tage oder ein Tag? Wie hoch sind die Kosten dadurch? Wie sind die Unterkünfte bei Kurzzeit-Trainingslager, bei Auswärtsspielen und bei Tourneen? Wir können hier Testspiele vereinbaren. Genau. Bei WAF war noch irgendwas mit dem Transfermarkt komisch. Haben die das verbessert? Es soll viele Sachen verbessert worden sein aus WAF 1. Ich kann es aber nicht im Detail sagen. Das ist tatsächlich zu viel. Das tut mir leid. Und wir können die Events veranstalten. Zum Beispiel Teamgeist stärken, Zufriedenheit erhöhen. Bisaktivieren. Ja. Dann haben wir einmal die Abteilungsleiter. Die können wir uns hier insgesamt mal anschauen. Wie die Namen sind und welche Positionen die haben. Statistiken. Die Mitarbeiter selber. Ausgaben. Und hier haben wir dann nochmal die Infrastruktur unserer Stadions. Wir sehen, wie viele Einwohner wir haben. Wir sehen hier auch zum Beispiel, dass wir das Stadion ausbauen können. Einmal das Stadion komplett zusammengefasst. Megumi, Tag, grüß dich. Nun wunderschönen guten Tag. Hallo. Wie nah ist der nächste Späti für einen Pilz? Wir hätten ja gerade eben eine Pommesbude schon bauen können, ne? Ist ja, ist ja... Wir konnten ja gerade eine Pommesbude schon bauen mit der Spezialität Currywurst. Wir haben ja einen auslaufenden Vertrag haben. Das war... Also so sehr konnte ich noch nicht hier insgesamt reinspielen, das Ganze. Borean, einen wunderschönen guten Tag. Wir können uns Details angucken. Da können wir uns zum Beispiel anzeigen lassen, was wir hier einmal dargestellt haben möchten. Bis hin zu... Ich hätte gerne eine Laufbahn. So. Ich will eine Laufbahn drumherum haben. Die aktivieren wir uns jetzt mal. Und diese Laufbahn soll bitte... Die soll bitte blau sein. So. Die Laufbahn ist blau. Das heißt, jetzt haben wir das. Wir gucken uns das Ganze mal an. Und schon sehen wir, eine blaue Tatarmbahn wurde drumherum gebaut. Oder wir gehen zurück und wollen einen Text auf der Haupttribüne haben. Zum Beispiel FC Ranger. Wollen wir schreiben. Bestätigen. Dann gucken wir wieder hier rein und dann sehen wir... Oh, da steht FC Ranger. Ja, aber das passt ja irgendwie gar nicht so. Da ist ja der Tunnel auf einmal in der Mitte. Das heißt, wir gehen dann... Hoppala. Das heißt, wir gehen dann wieder einmal zurück und werden jetzt mit Leerzeichen arbeiten. Gehen mit Leerzeichen. Gehen hier nach vorne. Und sehen dann... Okay, das GER wurde schon ein bisschen rübergebracht. Aber das Ranger ist noch da hinten. Da ist ja jetzt auch irgendwie doof. Also gehen wir nochmal zurück. Gehen dann hier mit rein. Löschen hier wieder ein bisschen raus. Und können mit den Leerzeichen arbeiten, um uns das so anzupassen, wie wir jeweils haben wollen. So, dann nehmen wir raus. Wir können noch einen Text für die Gegend... Also wir können sehr viele verschiedene Sachen einbauen. Für die Infrastruktur. Einfach nur fürs Aussehen. Einfach nur, damit es halt schön aussieht. Wir können sogar ein Sitzmuster definieren. Wie soll das Sitzmuster hinterher bei uns hier aussehen? Und können dann gucken, wie dieses Sitzmuster bei uns wirken wird. Da ist heute einen wunderschönen guten Tag. Wie viele Länder und Ligen gibt es? Vorhin hatte jemand das im Chat geschrieben. Ich habe die Nummer schon wieder vergessen. Das ist eine sehr hohe Nummer. Dieser Streamer ist Rang-Ger. Das ist Rang-Deutschland. Ja, genau. Dann haben wir das Clubgelände. Aber im Clubgelände können wir dann nämlich auch sagen, wie viele Umkleiden gibt es. Toiletten, Büroetagen, Fanshop. Büroetage wäre eigentlich wirklich noch ganz gut, muss man sagen. Egal, wir bauen jetzt hier trotzdem nichts. Und wir können auch die Anreise zum Stadion zum Beispiel festlegen. Wie soll der öffentliche Personennahverkehr sein? Wie soll es mit dem Auto sein? Wie soll man mit dem Flugzeug hier hinkommen können? Wir können da rein investieren. Die Stadt unterstützen. Klimaneutralität spielt einen Faktor von unserem Verein. Sind wir klimaneutral? Haben wir zum Beispiel auch veganes Essen, das wir bei uns anbieten können? Wie sieht es aus mit Mehrwegbechern, Energiesparlampen? Wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Ist halt einfach fürs eigene Image. Oder Hall of Fame, die besten Spieler. Wir haben hier auch noch Budget. Wir können die Ticketverkäufe bestimmen. Wie viele werden hier verkauft? Soll es Top-Zuschläge geben? Wollen wir uns einen Kredit aufnehmen? Wollen wir an die Börse gehen mit unserem Verein? Etwas, was die Bundesliga in vielen Bereichen schon verpasst hat, in die Börse zu gehen. So, ja. U-Bahn für 200 Leute. Wie eine U-Bahn für 200 Leute. Wie 200 Leute, die zu uns kommen. Ja, ja, klar. Wir können hier die Verträge mit den Sponsoren nochmal angehen. Können sehen, welche Sponsoren wir hier haben. Zum Beispiel Fetzig als Ausrüster. Der Hauptsponsor Automobil und Zulieferer. Oder Nachhilfestudio Heisenberg. Okay. Können wir prima auf den kleinen blauen Landesstreifen bewahren. Ja, Tribüne. Können wir die Werbung festlegen. Banden und Fernsehgelder. Dann gibt es den Verkauf und Marketing, Produktion. Wir haben das Präsidium, wo wir nochmal alles geben. Wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch. Fans allgemein. Gibt es Ultras? Ja. Was ist mit Chorios? Geben wir dafür Geld aus? Subventionen von Auswärtsfahrten. Was soll unser Kurzmotto sein? Was soll unser Vereinsmotto sein? Was sehen wir denn als Vereinsmotto? Hinten fest und vorne flüssig. Strategiehamster, grüß dich. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen lieben Dank für deinen Sub im 23. Monat. Aha, erwischt. Ich sag nix. Wobei hast du mich erwischt? Wobei hast du mich erwischt? Malochen für den Ranger. Ein Kurzmotto Respekt. Moment. Ja, eine Doppeldeutigkeit lässt sich da drin erkennen. Aber natürlich hinten eine feste Verteidigung. Und vorne flüssig. Sag ich nicht. Jetzt sagt das, Strategiehamster. Was ist das denn hier? Monatliches Budget, Spiel- und Spaßmodule. Dann haben wir einmal die Mitglieder, können wir uns nochmal genauer ansehen. Öffentlichkeit. So. Und hier haben wir dann unsere Liga. Hier können wir dann unsere Liga definieren, wie wir die Leute aufstellen wollen. Und das geht auch relativ easy. Wir können zum Beispiel hier André Nolde nehmen wir jetzt. Und können den per Drag & Drop dahin ziehen, wo wir ihn haben möchten. Und von dort aus können wir ihn spielen lassen. Und zum Beispiel hier. Welche Strategie verfolgen wir in der Aufstellung? Moment, ist das für dich hier kein Strategiespiel? Für mich ist das ein Strategiespiel. Für mich ist We are Football und Football Manager sind für mich Simulationen in der Strategiespiele. Also ohne Mist, das ist für mich wirklich ein Strategiespiel. We are Football. Da bin ich tatsächlich felsenfester Überzeugung von. So, dann gehen wir zurück. Dann haben wir hier einmal die allgemeine Taktik, die wir verfolgen. Wie lach. Also eine Simulation ist ja wohl der Inbegriff von Strategiespiel hier drin. Wir haben hier drin Taktiken, die wir verfolgen müssen. Wir müssen eine insgesamte Strategie definieren. Wir müssen Haushalten mit dem Budget, das wir haben. Wir müssen das alles zusammenpacken. Wir müssen uns eine Taktik ausarbeiten, mit der wir Spieler dann nutzen. Wir müssen Ein- und Verkauf davon durchführen. Wir müssen unser Stadion aufbauen, die Infrastruktur aufbauen. Haben die Aufbauelemente dabei, mit denen wir dann auch die Infrastruktur verbessern, um anzureisen. Also ich finde, das ist tatsächlich hier, also für mich ist das hier ein Strategiespiel. Sonst darf ich das noch nicht. Du darfst hier keinen Spaß machen. Hör auf, Spaß zu machen. Und für alle, die immer noch nicht denken, das ist hier, ne? Da, zack, Aufbau. Hier, bauen wir uns was auf. Oder, wo war das andere nochmal? Habe ich vergessen. Da, Clubgelände. Oh, hier, bauen wir uns jetzt, wir bauen jetzt Straßen. So. Okay. Shave, shave, Häuslebau. Sir Thorfmann, einen wunderschönen guten Tag. Okay, so. 3.7.2023. Wir können uns hier noch Assistenten einstellen. Darüber könnt ihr dann definieren, wer euch wo helfen sollte. Ähm, wo kann man Einheiten produzieren? Im Transfermarkt. Dann können wir hier zum Beispiel Statistikzentrale nochmal. Okay. Jetzt haben wir uns wirklich alles angeguckt. Jetzt gehen wir zu den wichtigen Punkten hin. Nämlich zu der Aufstellung unserer Mannschaft. Und jeder von unserer Mannschaft, der hat eine Stärke, eine eigene individuelle Stärke. Und hat eine eigene... Hoppala, was haben wir jetzt gemacht? Ich hab's kaputt gemacht! So. Und, äh, eine eigene individuelle Form und Fähigkeiten, die er dann auch nutzen kann. Es gibt doch nur den HSV. Wo steht Schalka in der Tabelle? Weil wir nur ein Angebot von Norderstedt bekommen haben? Spieler kaufen mach ich, ähm, mach ich ehrlich gesagt weniger am Anfang. Bin ich, äh, ich, ich arbeite erstmal gerne mit dem, was wir überhaupt haben. So. Wir spielen hier angeblich eine Formation, ähm, mit drei Verteidigern nur. Näh, weiß ich nicht. Auf die KI der Sammler gespannt. Mhm. Raute Hamburg heißt es hier dringend. Genau. Hauptsache Madrid. So schaut's aus. Nee, wir wollen jetzt aber hier nicht mit Doppel-Mit-Doppel-Sechser spielen. Also das, das machen wir nicht. Wir hauen uns jetzt hier... Wen haben wir denn hier überhaupt? Da haben wir noch einen Innenverteidiger. Also die Hauptposition von dem hier ist Innenverteidiger. Von Ismail Brück. Den Ismail Brück werden wir deswegen mal austauschen gegen Elia Gutsche. So. Und dann werden wir die hier ein bisschen verschieben. Und wir werden den ein bisschen vorne einsetzen. Und das hier ist hinten der Abräumer. So. Wir spielen also mit einer Viererkette. Wir machen... Vier, eins... Wobei... Wobei, nee. Wir machen vier... Wir machen, glaube ich, ein klassisches 4-4-2 einfach. Wir machen ein klassisches 4-4-2. Ich werde den Arne Nolde ein bisschen weiter nach vorne packen. Als Nagel, als Sechser hier rein. Für was steht die Kommazahl? Das ist die durchschnittliche Stärke angemessen an den Fähigkeiten, die die Spieler haben. Dann haben wir einmal hier oben den Frank Herbst. Den können wir uns nochmal angucken. Dann können wir uns auch die Fähigkeiten von dem ansehen. So. Wie alt ist denn der hier überhaupt? 35 Jahre? 35 Jahre? 4-5-1 für den Anfang. Ich würde 4-4-2 nehmen. 4-4-2 Raute. Ja, sowas ungefähr. Da war dann die Werderaute. Ja. Jungspund. 35 Jahre? Ja, kurz vor Rente. Was hat der denn hier? Der hat... Gebrechen hat der auch noch. Ja, super. Und der ist aber stark mit dem Kopf. Dass man hier die nicht anklicken kann, finde ich ein bisschen komisch. Die müssten doch... Irgendwo müssten die doch hier hervorgehoben werden. Oh, Talentstufen. Trainingsfortschritt. Hoppala. Da, Ballgewinne plus Volley ist schwächer und Schusstechnik ist er schwächer. Volley und Schusstechnik ist er schwächer. Ja, gut, dass wir den hier im Sturm haben. Wie sieht es bei dem aus? Bei Nils Rudolf. Trainingsfortschritt. Kopfball stark, Elfmeter schwach, kurze Pässe schwach. Ja, dann haben wir ja da schon mal ganz klar. Wir werden die jetzt hier einmal kurz tauschen. Den Nils Rudolf werden wir hier in die Spitze stecken. Ja, 4-4-2. Dann werden wir den hier oben hinpacken. Haben wir keinen anderen Stürmer? Hier, Tobias Spörl. Ein 18-Jährigen. 2,9. 2,9. Und der kann... Wenn wir jetzt mal mit Rechtsklick drauf gehen, kann der ganz besonders gut... Können wir eigentlich die Namen von denen ändern? Nee, das geht leider nicht. Sonst hätte ich euch jetzt hier reingepackt. Hätte ich direkt den Strategie-Amster hier in den Sturm reingesetzt. Amster, du bist wie eine deutsche Eiche. Die bewegt sich auch nicht. Antritt, Schusskraft. Weniger Schuss... Nee, wir setzen hier auf den Jungen. Ähm, und wir werden den einmal austauschen. So. Und den werden wir ein bisschen weiter nach vorne packen. Hat der... Was für einen starken Fuß hat der? Rechts oder links? Da müssen wir auch mal gucken. Junge, hast du einen starken Flucken oder was? So. Ja, direkt die Jugend fördern. Ja, Knappenschmiede. Knappenschmiede wird jetzt hier aufgebaut. Fatze, grüß dich. Also egal, was ihr von Schalke haltet. Die Knappenschmiede war mal eine richtig gute Jugend... Äh, ne? Jugend-Trainings-Einrichtung. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber da sind einige gute Spieler hervorgekommen. War, ne? Der ist auch 31. Der ist auch 31. Warum ist der denn 31? Wo hab ich denn hingeguckt bei dem? Alter, warum sind die alle so alt? Wir haben hier... Tom Niedermeier haben wir noch hier. Da. Der ist... Der ist 21. Der ist 21. Da kann man doch richtig was rausholen. Der kann nicht schießen, der kann nicht dribbeln, der ist aber auch robust. War auch mal Weltpokalsieger. War. Ja, gute Argumente. Gute Argumente. Ach. Ne, gut. Was haben wir denn noch hier für welche? Wir gucken noch mal bei den anderen. Wir haben hier den Torwart. Gottfried Valentino. Gottfried. Valentino Gottfried. In der örtlichen Pizzeria ist er der Mafia vorm Herrn. Rückennummer gleich Alter. Ja, das ist immer schon so gewesen. Wirst du einen Link für uns haben für das Spiel? Ich weiß nicht, ob es das bei Gamesplanet gibt. Ich kann mal kurz eben nachschauen. Ähm, das letzte We Are Football gab es auf jeden Fall. Jo. Ja, dann werde ich auf jeden Fall einen Link für euch haben. Habe ich jetzt leider momentan noch nicht. Ähm, aber werde ich für euch dann haben. Gut, der hat auch nur sehr, sehr wenig, was er für uns beitragen kann. Insgesamt, der Rest ist nicht so stark. Wir haben hier noch eine 3,7 fürs Mittelfeld. Ähm, und mit dem werden wir jetzt, glaube ich, hauptsächlich mal agieren. Ja. Wir versuchen erstmal im Trainingsspiel zu gucken, wie die so drauf sind. Also, wir lassen die jetzt so. Und was wir uns jetzt mal angucken, wir gehen nochmal kurz zum Scouting rüber. Transfers, Scouting. Wir wollen jetzt den Spieler verpflichten und scouten. Ähm, der im Sturm ist. Das heißt, wir gehen hier. Haben jetzt hier die Scout und Verpflichtungen an. Und können bei der Position Stürmer anzeigen lassen. Okay. Und dann wollen wir nochmal beim Alter, wollen wir eine recht junge Person haben. Gehen wir mal bis 24 kann man noch fördern. So. Dann gucken wir Mindeststufe Bronze Stern, Maximalstufe 5 Sterne. Dann haben wir hier oben für den Fragezeichen. Aber der hat einen starken rechten Fuß. Der hat ein gutes konditionelles Training. Und irgendwas mit dem Fragezeichen, was wir nicht genau wissen. Spielt bei Meppen. 1,4 Millionen? Jetzt macht mal euren Spieler hier nicht wertvoller als er ist. Der spielt bei Meppen, Mann. Äh. Ich glaubet wohl. Jetzt geht's hier aber auch los. Äh. Spielt noch einer bei Meppen. Sebastian Kleinhans. Spielt schön und konsequent auf die Jugend setzen. Und dann nach spätsten 10 Spielen rausgespissen werden. Da die Ergebnisse nicht stimmen. Läuft. Ja, das ist halt das Problem. Aber modernen Fußball muss auch mal ein bisschen wahrlicher bleiben, wenn die Jugend hier gefördert wird. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir werden einmal... Wie viel Geld haben wir denn jetzt nochmal insgesamt zur Verfügung bekommen? Wir gucken nochmal kurz bei unserem Budget nach. Wir haben ja nur 778.000. Ihr könnt das Budget übrigens noch aufteilen. Thor, grüß dich. Sieht aus wie die DDR-Fahne. 778.000. Ja, dann hat sich das ja relativ schnell erledigt für uns. Stürmer. Dann wollen wir hier beim Marktwert bei 700.000. Mehr geht ja nicht. So, hier hin. Okay. Und dann gucken wir mal... Bleiben wir mal bei einem kleinen Hans von mir aus. Dann werden wir den Spieler einmal scouten. Und wir werden Milan Lampard einmal scouten. So. Den hier auch nochmal. Ja, das hier sind einigermaßen gute Preise. Die gucken wir uns dann mal an. Und nachdem wir uns jetzt das Ganze angeschaut haben und eigentlich nur darüber geredet haben, was hier alles passiert, werden wir einfach jetzt schon mal weiterklicken. Wenn wir dann mit der Wochenplanung durch sind, alles eingestellt haben... Frage den Meister. Der Jugend können auch noch Brauchspare-Spieler sein. Ja, wir haben aber nur U19. Wer will denn ja U9? Ne. Da jetzt können wir auf jeden Fall nochmal festlegen, was wir hier machen wollen zum Ende. Es gibt Sachen, die uns vorgeschlagen werden, die man machen muss. Zum Beispiel Stadionsponsoren suchen. Und die können wir uns dann festlegen, an welchem Tag wir die machen wollen. Zum Beispiel Eintrittspreise festlegen. Danach suchen wir uns Stadionsnamensgeber. Ja, das hier ist festgepinnt, da können wir also gar nichts dran ändern. Dann Tribünensponsor suchen. Machen wir auch noch am selben Tag. Montag wird ein großer Arbeitstag. Und das hier auch. Stadien für 100.000 Zuschauer wann? Jetzt. Dann geh doch nach Netto. Dann wollen wir ein Team-Event veranstalten. Das machen wir am Mittwoch, Mitte der Woche. Acht Stunden. Schön Team-Event, da haben alle Bock drauf. Und ihre Organisationsabteilung schlägt ein Freundschaftsspiel vor. Das werden wir am Samstag machen. So. Was haben wir noch? Trainingslager organisieren. Ihr Co-Trainer schlägt ein Trainingslager für die Vorbereitung vor. Das wird organisiert am Dienstag. Da ist nur die Organisation, ist noch nicht das Trainingslager. Dann haben wir Charity-Aktionen durchführen. Ihr Marketing-Team würde gerne mit Ihnen eine Charity-Aktionen durchführen. Ja, die machen wir direkt nach einem Freundschaftsspiel. Da lohnt sich das doch. Da können die direkt verschwitzt einmal rübergehen. Ja, doch, das passt. Und sie sollen selbst Sport treiben. Und wir treiben natürlich auch noch selbst Sport. Freitag, bevor wir ins Spiel gehen, wird nochmal selber Sport getrieben. Da muss man auch nochmal die 180 BPM im Herzen erreichen. Das muss dann auch nochmal pumpen, ein bisschen das Herz. Da muss es nochmal richtig losgehen. Da muss er nach vorne gefeuert werden. Okay. So. Jetzt haben wir alles festgelegt. 50-Stunden-Woche. Ja, er soll sich nicht beschweren, ne? Soll er sich nicht beschweren? Das ist der Trainer hier. Das ist der Trainer hier. So, und bei der Trainingsplanung für diese Trainingswoche können wir jetzt auch festlegen... Ähm, jetzt wird es echt unrealistisch. Jetzt können wir auch noch festlegen, worauf ein Schwerpunkt gesetzt werden soll. Wer soll zum Beispiel schnelles Umschaltspiel durchführen? Wie hoch soll die Intensität dessen sein? Was sollen wir hier genauer machen? Wir können uns hier aus einer riesengroßen Liste aussuchen, was wir alles machen möchten. Freundschaftsspiel ist doch auch nur ausmachen, oder? Ah, stimmt. Freundschaftsspiel ist auch nur ausmachen gewesen. Ähm, lass uns nochmal zum Kalender gehen. Freundschaftsspiel vereinbaren. Machen wir dann hier hinter. Dann können wir danach Sport treiben. Ja, komm. Können wir danach Sport treiben. Und dann wird Donnerstag einmal hier die Charity-Aktion durchgeführt. Okay. So, und weiter. Jetzt müssen wir die Eintrittspreise festlegen. Lege die Eintrittspreise für die kommende Saison fest. Ja, meint ihr, dass seid ihr hier mit den 2 Euro für die Bratwurst? Meint ihr, dass seid ihr hier mit den 2 Euro für die Bratwurst in den Verein bezahlen, ne? Das sind wir und nicht ihr. Sechsmal die Woche Hindernisbahn. Und dann nur am ersten Tag, am Montag schon direkt, damit man schon keinen Bock mehr hat. So, Stehplatz. Bratwurst, was ist mit Bier? Ja, es war Uli Hoeneß. Der hat natürlich, als Bratwurst-Mogul hat er nur über seine Bratwurst geredet. Wie viel schlechte Stimmung war ich hier. Driffer, vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat. Dankeschön. Mir war der FM immer viel zu viel Trainer sein. Ich glaube, das hier ist genau meins. Ja, geht mir nämlich genauso. Geht mir genauso. So, Stehplätze 5 Euro. Sitzplatz 15 Euro. 15 Euro für einen Stehplatz? In unserer Liga? Näh. Näh, machen wir 12. Machen wir 12, dann kann man sich noch ein Bier kaufen. Dann seht ihr hier unten auch, wie sich die Einnahmen verändern. Aber pass mal auf, wir machen 12 Euro und für den Stehplatz 5 abgeht. Näh. Aber jetzt müssen wir, die dürfen auch noch nicht unrealistisch werden. Ich meine, wir sind, ne? Wir sind 15. Teil in der vierten Liga. Für den Zwanni, den Steher ist okay. Habe ich gehört. Ja, die sehen aber nicht so glücklich aus dann. Ne, wir bleiben bei... Ich bin gut drauf. 12 Euro. 12 Euro. Zack. 12 Euro. Ja. Was für ein Gesicht machen sie bei 100? Ich weiß gar nicht, ob wir was auf 100 hochgehen können. Ne, wir können auf 22 hochgehen. Irgendwo ist dann da auch mal Sense. Pass auf, wir machen 13. Ja? Dann treffen wir uns in der Mitte. Wir machen 13 Euro. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mit den Sponsoren verhandeln. Kampfsportschule Tarkan. TK an. TK an? Gut. Sie haben ein Angebot, eine Sponsoren. Ähm. Für einen neuen... Dann kommen die ganzen Abergläubischen nicht, ne? Das klingt strange. Für einen Zwanni, ein Steher. Der gerne die Option, bei einem Management-Spiel das Training komplett abzugeben zu können. Was die KI-Trainer dafür ein Mist machen, da wird man ja gleich gefeuert. Ja, das stimmt. Also du kannst es ja schon zu großen Teilen fast abgeben. Außer halt auf dem Spielfeld dann hinterher, ne? Wir müssen ja immer sagen, Football-Manager, Fußball-Manager damals, Football-Manager, Anstoß, We are Football, sind ja auch alles Management-Spiele, ne? Das vergessen wir ja häufig. Wir sagen häufig, wir wollen beim Training eingreifen, aber eigentlich ist das alles ja nur ein Fußball-Manager. Fürs Training gab es ja, wenn wir jetzt mal bei EA bleiben, früher FIFA. Da war man dann Trainer, da ging es um Fußball. Aber bei Football-Manager soll es eigentlich immer um den Management-Aspekt gehen. Jetzt mal einen wunderschönen guten Tag. So, was wollen wir denn? Laufzeit bis zum 30.06. Zahlung pro Jahr 360. Wir nutzen dafür Verhandlungspunkte. Außer man heißt Magath. Wir wollen 400.000. Ey, wie viel macht denn die Kampfsportschule an Umsatz? Ja, dass die uns 3,2 Millionen geben. Ey, 400.000. Achso, wegen der Laufzeit. 400.000. Wie viel Umsatz macht denn die Kampfsportschule? Aufstiegs- und Pokalprämie. So, Abzug. Ist halt Englisch, Trainer ist Manager. Ja, aber der Großteil der Simulation kommt ja aus Deutschland. Also, die wurden ja auch Fußball-Manager damals, wurde ja auch von dem Anstoßmacher hinterher eine Zeit lang mitentwickelt. Das ist ja alles hier, das sind ja die Leute dahinter. Fetter Ordner, grüß dich. Ach, vom F... Okay, okay, ja, okay. Ja, gut, da hast du recht. Da hast du recht, ja. Da hast du recht. Aufstiegs- und Pokalprämie. 250.000. Ja, lassen wir so. Wir gucken mal, ob der das so nimmt. Verhandeln. Hat er angenommen. Ey, Junge, da können wir bestimmt noch mehr rausholen, oder? Ah, nee, egal. Wir lassen das jetzt so. Unter meinem Dings gibt es hier Vertrag. Unterschreiben, Interesse ist bei 79. Passt. Wir unterschreiben. Wir gehen weiter. Friseur Barbares. Wollen Sie eine schöne Frisur? Die kriegen Sie aber nicht bei uns. Sie haben ein Angebot eines Sponsors für einen neuen Tribünennamen. Vertrag vorliegen. Tribünennamen. Ja, wie soll eine Tribüne heißen? Friseur Barbares-Tribüne? Ja, die ist so teuer. Laufzeit runter. Ja. Ja, wir reduzieren hier die Laufzeit. Die Laufzeit um... Welches Jahr haben wir? Wir haben 23. Das heißt, 10 Jahre wäre das hier gewesen. Wir machen mal 5 Jahre mit denen. Hoppala. 5 Jahre sind hier. Und dafür gehen wir aber preistechnisch nach oben. Und zwar auf... 40.000. Verhandeln. So. Hier unten die Verhandlungspunkte. Die sind übrigens dafür da, dass wir hier verhandeln können. Das ist ein bisschen eine Vereinfachung der ganzen Verhandlungssache, damit man sich nicht so intensiv da reingeben muss. Ja, er hat eine andere Zielgruppe. Ich spiele auch gerne den Football-Manager. So ist es nicht. Also der Sega-Football-Manager ist sehr gut in dem, was er machen will. Aber der hier, We are Football, ist halt auch einfach gut von dem her, was er machen möchte. Deswegen ist das vollkommen... Vollkommen fein. Man kann beide nebeneinander spielen, wie ich finde. Apotheke Lauterbach. Oh Gott. An wen ist dieses Lauterbach nur orientiert? Karl! Ja. Jetzt sehen wir hier die Interessenten für die jeweiligen Bandenwerbung. Wir müssen jetzt gleich mal das erste Giveaway machen, fällt mir auf. Oh, Dabreune Sonnenstudio. Dabreune. Ja, wir nehmen da Bräune Sonnenstudio. Für drei Jahre Laufzeit. Der kauft vier. Vertrag unterschreiben. So. Haben wir gemacht. Rasky, grüß dich. Oh, Pokalauslosung! Norderstädt, Norderstädt, ich find dich nett. Mein Norderstädt, Norderstädt, mein Norderstädt, ich find dich nett. Mein Norderstädt. Wann kommen wir denn? Wann kommt der beste Verein? Wann gehen wir in Sonnenstudio? Wegen der Bräune. Hanna Berlin. Ja. Köln Süd. Ja, wir spielen gerade Norderstädt. Primera Köln. Oh, oh, zwei Kölner Vereine. Wildpark Mannheim. Bochum. Komm aus dir. Wann kommen wir denn hier? Damit hat Ranger beim nächsten ESC riesen Chancen. Duisburg. Mainz. Ihr könnt natürlich auch das Ganze hier oben beschleunigen. Also ihr könnt auch nach vorne springen. Rauter Hamburg. DB Leipzig. Gehenkrampf einen wunderschönen guten Tag. Sag mir nicht, dass du da wohnst. In Norderstädt? Nee, nee. Nee, nee. Ich bin nur so ein Bro-Pott. Elversberg. Schweidenfurt. Gelsenkirchen. Preußen-Dortmund. Erster Teil hat mich nicht abgeholt, leider, weil ich Anschluss drei Bundesliga-Pro-Manager, FIFA 13 und Sega FM an Stunden versenkt habe. Ei, ei, ei. Und damals auf dem Amiga war es, glaube ich, sogar Eishockey-Manager. Oh. Logi, wunderschönen guten Tag auch an dich. Wann kommen wir denn hier? Sind wir überhaupt noch dabei? Oder haben sie uns schon rausgeworfen? Hier ist nix. Sind wir schon gezogen worden? Eilauf-Cookies, grüß dich. Ich habe keine Kohle. Nee, bislang geht's noch. Hä? Aber hier ist doch vierte Liga Nord zum Beispiel. Das Zweite nicht. Hier ist vierte Liga. Moment. Wir sind vierte Liga Nord, ne? Vierte Liga Nord-Ost. Nee, sind wir gar nicht bei. Nur die ersten beiden anscheinend. Ja, die haben sich anscheinend nicht qualifiziert. Schiebung! Ja, ja, ja. Die haben sich nicht qualifiziert. Ja, da waren wir auch noch nicht Trainer. Ja. Die Saison ebenfalls anschauen. Die weiteren... Nein. Geh lieber früh schlafen. Ja, die wollen wir uns nicht angucken. Aber schön, dass man das hier auch sagen kann. So, Trainingslager auswählen. Wo soll es hingehen? Oh, Tegensee. Oh, lecker Tegenseeer. Schön nach... Nach dem Training kühles Tegenseeer. Oh, lecker. Da kriege ich direkt... Kriege ich selber schon Lust auf Trainingslager. Garmisch-Partenkirchen. Bisschen fliegen. Auf eine Flugschanze. Skisprungschanze meine ich. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Grasso, San Peter... Oh, San Peter-Ording. Auch ein sehr schöner Ort. Auch ein sehr schöner Ort. Absche Emirate. Ja, da machen wir dann im Winter Trainingslager für Sommer. Uschgorod. Machen wir ein Ziel in Portugal. Was haben wir denn hier noch? Alicante. Oh, Alicante ist ein sehr schöner Ort. Alicante war ich auch schon. La Manga. Was ist das denn hier? Das sieht ja cool aus. Wo ist das denn? Dieser Streifen. Wo Höhen-Trainingslager auf dem Himalaya ist akzeptabel in der Vorbereitung. Was haben wir denn noch hier? Miami. Miami. Samba. Dejaner. Olympia. Würde auch zu uns passen. Wisst ihr was? Wir machen einmal... Wir gehen nach Miami. Wir gönnen uns was? Wir gönnen uns was? Sportschule Duisburg. Wir werden nach Miami fliegen. Dauer in Tagen. Ja, aber für drei Tage lohnt sich das nicht. Mopsi Mauser. Einen wunderschönen guten Tag. Nee, drei Tage ist ein bisschen zu wenig. Fenlo. Fenlo. Da kann man auch gut Dosen einkaufen. Wir gehen nach Fenlo. So. Wir nehmen die Jugendspieler. Haben wir hier einen Stürmer? Hier haben wir einen Stürmer. Wir nehmen den Jugendspieler mit. Und wir nehmen... Den mit. Und den hier. ZM. So. Alles klar. Aber jetzt hier nicht zu sehr, ne? Mit Neulerstadt nach Miami? Da bist du schnell pleite. Ja, wir gehen nach Fenlo lieber für drei Tage. Das passt ein bisschen besser. Kostet auch nur 18.000. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Aber das hat dir Jan Böhmermann gesagt. Das ist ja gar nicht... Das hat der Lukas Podolski gar nicht gesagt. Drei Tage Fenlo. Drei Tage Fenlo kannst du auch mit dem örtlichen Dorfverein machen. Ja, ähm... Hier direkt. Wobei Trainingslager macht ja jetzt auch keinen Sinn, wenn wir das direkt hier am Anfang machen. Wann geht's denn los mit dem Spiel? Da, Hamburger Raute. So, eine Woche Pause davor. Eine Woche Vorbereitung. Das heißt, ich würde das gerne Ende Juli machen. Hier. Hier würde ich das gerne machen. So. Dann haben wir nämlich noch eine Woche Zeit dazwischen. Ja. So machen wir das. Du bist der örtliche Dorfverein. American Football ist wirklich Schach auf dem Rasen. Ich habe ja American Football gespielt. Da hieß übrigens... Ich war ja in der Offensive Line. Ne? Duke Skywalker, einen wunderschönen guten Tag. Ich war in der Offensive Line und ich war Center. Das heißt, ich habe auch immer mit dem Trainer jede Position. hat ihren eigenen Trainer auch. Ist wie beim Fußball eigentlich ebenfalls. Und mein Trainer von der Offensive Line, der hieß Püppi. Das war sein Spitzname. Püppi, Püppchen. So ungefähr. Ihr müsst euch aber vorstellen, Püppi war ungefähr 2,10 Meter groß. Wog 150 Kilo. Mit Glatze und Vollbart. Und hat beim All-You-Can-Eat-Schnitzel-Essen 12 Schnitzel sich reingehauen. Und das war dann seine Vorspeise mit Beilage. Das war Püppi. Das war Püppi. Das war witzig. So, jetzt können wir ein Freundschaftsspiel vereinbaren. Das Freundschaftsspiel hier... Ähm... Da hat mir der jetzt... Das hätten die QB mal im Hintergrund gespielt. Ja. Das freut mich. Das freut mich. So stelle ich mir eine Püppi vor. So, was haben wir denn hier? Heidenheim, Primera, Köln. Wir sehen auch die Teamstärke von denen. Wir sollten uns aber erstmal welche nehmen, die auch ungefähr auf unserem Niveau sind. Damit wir uns jetzt hier nicht komplett deklassifizieren. Preußen, Dortmund zum Beispiel sollten wir lieber sein lassen. Titanitaucher, wunderschönen guten Tag. Wie ein kleiner Hund namens Attila. Wir gehen mal Stuttgart, Diggerloch. Die werden wir uns mal nehmen. Bei denen werden wir mal anfragen, wie es da so aussieht. Ein Heimspiel werden wir bei denen anfragen. So, mal gucken, ob die das annehmen. Rangirin. Ach Gott, wir haben die bei 62 gelassen. Okay, ja, mein Gott. Wo die Liebe hinfällt. Das Alter hat keine Grenzen. Sie sind jetzt in einer Beziehung mit Rangirina. Es ist die große Liebe. Nimm die Dritten raus. Jetzt geht's los. So, okay. Sie finden heraus, dass Rangirina keinen Lieblingsverein hat. Ja, naja. Ja nun, ne? Die Spieler müssen sich einen Tag und eine Nacht in der freien Natur durchschlagen. Sie lernen Fische mit einem geflochtenen Korb zu fangen, tödliche von köstlichen Pilzen zu unterscheiden und was bei einer Zombie-Apokalypse zu tun ist. Das ist gut für den Biss. Unsere Spieler wissen jetzt, was sie in einer Zombie-Apokalypse tun sollen. Okay, verstehe. So, was haben wir denn jetzt hier? Wählen sie einen Verein, aus dem sie folgen wollen? Ne, wir wollen hier niemanden folgen. Wir wollen hier niemanden folgen. Das heißt, das hier ist unsere komplette Leiste. Meisterrunde, Vorrunde. Jo, das interessiert uns jetzt hier aber eher weniger. Wir spielen da Israel, Litauen, Schweden, Belarus. Was ist hier internationaler Pokal hier? Ist mir doch egal. Dauert ja Ewigkeiten, bis wir da hinkommen. Wie viele Dauerkarten sollen mit welchem Rabatt maximal verkauft werden? Ja, Dauerkarten. Als wenn wir 2000 Dauerkarten verkaufen. Die bekommen aber eine Ermäßigung von 25%. So. Ey, wir müssen am Anfang, müssen wir ja erstmal PR machen. Da muss man auch investieren. Gehst du nicht mit den Typen vom Militär mit, sondern mit dem Sportclub? Im Falle einer Zombie-Apokalypse. So sieht's aus, Pinkspiler. So sieht's aus. Okay, und wir werden 2000... Ja, 2000 werden wir damit verkaufen. Ich kann das halt alles noch gar nicht einschätzen, wie das bei uns sein wird. So, Charity-Aktion ist durch. Ich muss das Rollo, glaube ich, mal ein Stück runter machen. Ja. Hä? Ne, jetzt habe ich... Jetzt habe ich gegen den Rollo gewonnen. Ich sage mal, er wird genau 62 Dauerkarten verkaufen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Jetzt geht das Spiel los. Wir müssen jetzt aber auch mal... Also ohne Mist, wir müssen jetzt das erste Giveaway auch mal veranstalten. Sonst kommen wir hier nicht hinterher mit den Giveaways heute. Das haben wir auch selten, dass wir mit den Giveaways sonst nicht hinterherkommen. Aber wir sind jetzt gerade erstmal beim ersten Spiel. Also, liebe Leute. So. Du spielst ein sehr... Du streamst ein sehr interessantes Spiel und auf der anderen Seite läuft Formel 1. Ah! Oh Gott! Mist! Aber Fuß... Ich meine halt Fußball, ne? So. Der Key... Der erste Key des heutigen Tages wird verlost. Das ist der Key, der direkt kommt. Die anderen beiden Keys, die wir verlosen, die werden leider erst kommen, wenn das Spiel... die kaufbar ist. Weil die anderen beiden Keys finanziere ich. Der Key, der jetzt rauskommt, der wird vom Sponsor. Also von THQ Nordic, beziehungsweise vom Publisher. Von THQ Nordic, beziehungsweise von Handy Games verlost. Handy Games kümmert sich, glaube ich, diesmal darum. Also, jetzt ein Key von Handy Games. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist irgendwas in den Chat reinschreiben. Also. Let's go! Schreibt irgendetwas in den Chat rein. Und ihr könnt einen Key gewinnen. So wie Orangiritter zum Beispiel. Moin! Irgendwann in den Chat reinschreiben. Und dann könnt ihr einen Key für Weah Football 2024 gewinnen. Für dieses Spiel hier, was ihr hier gerade eben seht. Weah Football 2024. Am 4. März kommt's raus. Mhm. Mein Gott, hat sich angehört wie eine Werbeeinlage. Ich hab keine Werbung hierfür. Wir spielen's gerade selber. Es kommt am 4. März trotzdem raus. Ähm. Hast du schon das Ailton-Fußballmanager-Spiel gesehen? Absoluter Fiebertraum. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft. Da hab ich sogar auch einen Key für bekommen, Genosse Kroko. Und hab dann nach... Ich hab drauf geguckt und hab's wieder ausgemacht. No, dann Servus, grüß dich, Herr Lüchen. So. Noch ein bisschen hier was schreiben. Kriegen wir noch die 200 Teilnehmer voll? 40 Teilnehmer fehlen noch. Stand jetzt. Das aktualisiert sich bei mir mal ein bisschen später. Kriegen wir noch die 200 Teilnehmer voll? Hallo? Wer hier noch möchte? Nochmal mitmachen. Ich bin Zwilling. Zähle mich doppelt. Da geht doch noch was. So sieht's aus. Knick, knack. So, jetzt kommen wir. Jetzt werden wir langsam runterzählen. 10 6 4 3 2 1 1 1,5 Und, 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 und. Der erste Key des heutigen Abends geht an. Kammeroll! Hey, hör mal! Eine Person, die sogar auf Discord noch geschrieben hat. Cool, ich würde mir das gerne mal ansehen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, das ist ja cool. Das freut mich aber. Mensch, ich hätte mich natürlich für euch alle gefreut. Warte mal, ich muss mal eben kurz den Mods eben den Key geben. Ich habe den Key gar nicht weitergereicht. Liebe Moderatoren, ihr findet den jetzt im üblichen Kanal. Oh, habe ich einmal reingepackt. Die letzte Nachricht habe ich jetzt einmal reingepackt. Bitte einmal einen der Moderatoren anschreiben. Mit dem grünen Schwertchen. Und ja, also das ist mal sehr interessant. Wir werden heute noch zwei weitere Keys verlosen. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr da auch noch Glück haben werdet. Rekt ist das, Rekt ist das. Ich habe extra Kamerol ausgesucht. Ich habe tatsächlich eine Liste, wo ich alle Teilnehmer drin sehe. Ich müsste aber jeden einzelnen von euch anklicken, damit ihr nicht die Möglichkeit habt zu gewinnen. Sind Mods eigentlich anwesend? Ich glaube ja. Also ich habe vorhin Hell's March gesehen und ich habe Dreamkiller gesehen. Äh, ist ein Mod da? Hallo Mod! Ovenbaguette, grüß dich. Hallöchen. Da. Einmal Dreamkiller bitte anschreiben. Und dann, ähm... Ja, hier. So. Ihr sollt auch nichts beim Thema Fußball beitragen. Ihr sollt... Ihr sollt nur den Key rausgeben. So. Aber ich sehe den Key nicht. Dann macht das Hell's March bestimmt. Oder? Hoffentlich. Bitte. Centura ist einen wunderschönen guten Tag. Okay. Liebe Leute. Dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt ins Spiel rein. Also. Jetzt haben wir hier nochmal unsere Aufstellung. Können wir uns nochmal alles angucken. Wir können den Teamvergleich einmal nehmen. Kader 3,1. Kader 2,9. Teamstärke ist bei uns ganz klar stärker. Ja. Wir gehen hier ganz locker rein mit... Das ist ja gar nicht gespeichert. Was ist das denn? Das ist ja... Warum ist denn die Aufstellung wieder anders? Warum ist denn die Aufstellung wieder anders? Och Mann. Wen haben wir denn jetzt da nochmal gehabt? Den hier, ne? So. Dann wollten wir den hier einmal... Oh. HS? Oh. Soll. Da habe ich... Also. Jetzt reicht es euch ja auch mal zusammen. Mit wem haben wir den denn jetzt gewechselt? Da ist er. So. Und den setzen wir dann hier rein. Okay. Mach dein Co-Trainer die Aufstellung, weil du ihn nicht deaktiviert hast. Das könnte natürlich auch sein. Müssen wir gleich nochmal gucken. Also wir werden jetzt hier erst nochmal rumschieben. Den hier lassen wir hinten nochmal als Blocker. Ähm. Dann werden wir dich hier einmal umändern. Wen hatten wir denn dafür drin? Den Ismail Brück hatten wir da drin. Den werden wir jetzt hier reinsetzen. So. Wir machen ja 4. 4-2 mit Raute in der Mitte. Also. Die hier machen eine Raute. Wobei. Will ich eine Raute machen? Ja. Komm. Wir machen mit Raute. 4-4-2 Raute. Das ist eine einfache... Das ist ein einfaches Ding. Damit kann jeder umgehen. Damit können wir auch ohne große Fehler was machen. Wir können den hier so ein bisschen mehr als... Als Mittelstürmer einsetzen. Den hier lassen wir ein bisschen schräg vor. Wobei wir immer noch nicht wissen, was der für einen starken Fuß hat. Was hat der denn? Rechts Außenstürmer. Ja. Der hat wahrscheinlich einen starken rechten Fuß. Denke ich mal. Das können wir nachlesen bei... Hier. Der hat einen starken rechten Fuß. Okay. Hat der Nils Rudolf wahrscheinlich ebenfalls. Aber der hat auch links. Also der ist zwar nicht so gut mit links. Aber der kann auch mit links schießen. Wir haben schon alle Meisterschaften gewonnen. Unten steht Co-Trainer. Macht komplette Aufstellungen. Und daneben ist ein Haken. Vielleicht liegt es daran. Centuras. Co-Trainer wechselt aus. Na, oh, nee. So. Aus. Co-Trainer besetzt Bank. Ja, der darf die Bank besetzen. 0-0-10. So. Herbst Frankrein. Der ist stärker. Wie alt ist denn der? 35. Nee, nee, nee. 35. Ich würde gerne einen aus der Jugend nehmen. Wir hatten doch hier einen stärkeren Stürmer. Den hier hatten wir doch. Aber der war nicht so gut. Ja, stimmt. Dann können wir doch wieder den Herbst Frankrein nehmen. Weil es macht einfach keinen Sinn. Wenn er hier, der Tobias Spörl, der ist nämlich schon... Der ist 31. Das heißt, wir können ihn sowieso nicht mehr lange fördern. Wir müssen also mit der Stärke agieren, die er jetzt hier momentan in den Tag legt. Den können wir dann aber auch da reinpacken. Und können dabei Trainingsfortschritt sehen. Der kann auch links schießen. Aber der hat ein paar mehr Problemchen. Der hat nämlich hier... Ups. Der hat nämlich Volley-Schuss und Schusstechnik weniger. Ballgewinne ist der ein bisschen besser. Der Tobias Spörl hatte dafür eher Vorteile da drin. Der hat nämlich einen guten Antritt, aber dafür weniger Schusskraft. Weil alle Spieler dürfen bald auf die U40 Party. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, wir spielen erst mal so. Auch wenn hier vorne ein bisschen wenig Enge ist. An diese Freitagnachmittags-Streams könnte ich mich glatt gewöhnen. Ja, die meisten haben jetzt Wochenende, ne? Und... Alter! Alter! So, haben wir. Okay. Wann Football Manager 24? Da haben wir ja bei dem Turnier mitgemacht von Just Johnny. Falls ihr euch neu erinnert. Da war Bollo Yavollo auf der Trainerbank. Okay. Eine große Änderung zu UIA Football. UIA Football 2024 hat 3D-Simulationen dabei. Aber, ähm, es ist jetzt kein FIFA. Das muss man auch dazu sagen. Nur damit ihr da schon mal im Vorfeld Bescheid wisst. Los geht's. Kontrollierte Offensive haben wir. Wir können uns jetzt hier nochmal auswählen, was wir machen wollen. Pressing, zielgerichtet, variabel, hartnäckig. Tag und Nacht. Wir machen mal... Wir machen mal periodisch. Wobei, nee, wir machen mal variabel. Gegen Pressing sind wir hartnäckig. FIFA 99 ist es... Ja. Dann wollen wir flache oder hohe Flanken? Wir gehen mal ein bisschen höhere Flanken. Oh, ich würde in die Mitte setzen. Besondere Ecken lassen wir raus. Und das Schöne ist halt, hier kann man alles mit dem Schieberegler einstellen, ne? Weniger Pingpong und Karussell als in EA FC 24. Ja, das auf jeden Fall. Ich hab EA FC 24 auch gar nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Also, mich hat FIFA langsam komplett verloren. Ich hab gerne Ultimate Team gespielt. Aber das ist so eine Suchtspirale einfach nur. So ein Glücksspielvariable drin. Und, äh, also, was ich an Geld tatsächlich auch in Ultimate Team reingebuttert hab. Also, ohne Mist, das... Gib mir ja auch ehrlich zu. Ich hab echt viel Geld in Ultimate Team reingesteckt. Und, äh, jedes Jahr hast du dann einfach wieder eine neue Mannschaft dann auf einmal haben müssen. Das ist halt, das ist ein Unding. Das ist, das ist Kacke. Das ist aber diese Sammelspiel-Sucht dabei. Ja. Ne, wir gehen kontrolliert, kontrolliert offensiv rein. Ich bin mittlerweile mehr der Manager, Freund. So. Wir können hier auch noch definieren, worüber die Flügel eher gespielt werden sollen. Wir setzen mal mehr auf die linke Seite. Und wir gehen auf die Zentrale. Und werden dafür aber die rechte Seite weniger spielen. Weil die rechte Seite scheint ein bisschen... Ne? Zum Selber spielen werden wir doch auch zu alt. Ja, das stimmt natürlich auch. Liegt am Alter mit dem Manager, Freund. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Wir legen also los. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt hier mache. Wir reden natürlich lange drumherum. Normalerweise werde ich jetzt in 10, 15 Minuten bereits im ersten Spiel drin gewesen. Der Ziel von We Are Football ist, dass man an einem Abend schon mal eine Saison spielen kann. Nicht so wie bei einem Footballmanager, wo man halt wirklich fast ein halbes Jahr braucht, um eine Saison durchzuspielen gefühlt. Okay. Ja. Das passt alles. Wir gehen mal rein. Wir müssen hier die Mannschaft auch erstmal kennenlernen. Standardansprache. Ich kann von diesen Gegnern nur warnen. Oder heute sind Ruhe und Geduld gefragt. Das machen wir mal als erstes. Da haben wir jetzt ein bisschen Fokus investiert. Eure Eltern werden heute stolz auf euch sein. Machen wir auch. Ne, wir machen hier eure Eltern werden... Ne. Ruhe und Geduld sind gefragt. Wir wollen jetzt auch mal nicht übertreiben. Wenn wir gewinnen, habe ich ein kleines Bonbon für euch. Ja, ne. Beim Freundschaftsspiel nicht. Ne, komm. Wir nehmen das raus. Das ist ein Freundschaftsspiel. Wir müssen uns das auch nicht übertreiben. Sonderbeobachtung könnten wir hier drüben noch festlegen. Angriff, Trainingszustand. Wir können das ruhig angehen lassen. Wir werden jetzt mal pfeifen. Und es geht los. Jetzt ist das Spiel. Huh. Huh. Ja, im Moment seht ihr noch nichts, weil wir bei den Highlights was sehen werden. Wir können hier unten nämlich auswählen. Wollen wir bei den 3D-Matchen, wollen wir hier Chancen haben. Da. Da haben wir das 3D-Spiel. Da geht's los. Nun. Tor für den Gegner. Super. Da freue ich mich drauf. Toll. 1-0. Stuttgart. Degerloch. Jetzt Angriff Nordstedt. 30. Minute. Nils Rudolf spielt. Lutz Roller knapp dran vorbei. Knapp dran vorbei. Bis später so ein Flink-Piet. Alter. Okay. Wie sieht's jetzt hier aus? Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ballbesitz. Oder ist das hier um die Spielzeit? Freischoß für Nordstedt. Ey. Schon wieder daneben. Also die 2D-Schattenmännchen jubeln schon mal. Ja, ich hab ja gesagt, es ist kein... Es ist kein... Es ist kein FIFA. Ja, ich weiß. Und ich find auch, der Football-Manager sieht auch ein bisschen besser aus, wenn's um 3D geht. Aber, äh... Es ist halt ein schönes Kibik, wie ich finde. T-Roc, einen wunderschönen guten Tag. Ist das jetzt eine stimmige Grafik? Ja. Ja. Okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir sind jetzt in der Halbzeit. 46. Minute. Ähm... Die Grafik vom FM03 war besser. Noch 7 Wechseln möglich. Die leisten jetzt nicht alle so das, was sie sollen. Was ist denn hier? So, hier bin ich gerade. Also da müssen sie aber auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Was ist das denn? Teamzuversicht. Vor dem Spiel abgezockt. Bonuszufriedenheit. Das Spiel ist nicht streamerfreundlich. Ne. Grüner Hulk, einen wunderschönen Moin. Hallo. Grüß dich. Aber kommt ans Sub geschenkt. So sieht's aus. Direkt hier eingekleidet. Auf Wehekolls. Grüß dich. Ähm... Ne, das ist nicht Twitch. Das wird an OBS nicht richtig abgegriffen. Ich muss jetzt auch wieder mit dem Mauszeiger hier drüben hingucken. Wir bleiben jetzt dabei. Wir werden jetzt darüber weitermachen. Spiel? Im Moment seht ihr nichts außer, dass die Statistik jetzt nach vorne geht. Also ihr verpasst hier nichts. Da. Ah. Angriff. Ja, aber Stuttgart ist im Angriff. Sicher gefangen. Den hat er sicher. Der Dennis. Dennis Wege. Sehr gut, Dennis. You are the man. Jetzt läuft wieder ein bisschen die Freundschaftsspiele im Hintergrund ab. Ich würde es euch gerne zeigen, aber dann müsste ich jedes Mal die Szene jetzt dafür wechseln. Und ich will meine Szene nicht wechseln. Das tut ja meine Gefährtin hier schon. Geklärt. Ecke. Klärt auf Kosten an der Ecke. Komm. Marvin Weidner hat ihn jetzt. Den Ball flankt rein. Und. Ah. Knapp dran vorbei. Aber da war noch eine Ecke. Schiedsrichter. Psch. Kriegst selber eine rote Karte hier gleich. Jetzt. Tor. Nils Rudolf. Im Sturm. Schön unten rechts reingeknallt. So muss das sein. Nils Rudolf zeigt den Fängs sehr deutlich, wer das Tor gemacht hat. Jawohl. Nils Rudolf. Angriff. 89. Minute. Und jetzt knallt er den an die Latte dran. Oberkante der Latte. Oben drüber. Sag mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. 90. Plus 1. 1 zu 1. Ende. 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 Aus. Aus. Das Spiel ist aus. Norderstedt ist Fußball-Weltmeister. Okay. Weiter. Hansger, grüß dich. Ja, der Animationsmodus ist halt... Ah, ihr müsst ihn nicht anschauen. Also, ihr könnt es auch komplett simulieren lassen. Animationstechnisch ist es halt ausbaufähig. Aber, also, es ist ein Gimmick gewesen, dass man überhaupt das dazu bekommen hat. Kicker, da ist es. Interesse an Arne Nolden. Spelle Fanhouse hat angeblich Berater bereits kontaktiert. Also, ich respektiere den Kicker ja sehr für seine Berichterstattung. Aber, dass die jetzt über Norderstedt hier diese Spekulationen auf die Titelseite schreiben, glaube ich irgendwie nicht. So. Das Spiel macht einen unfertigen Eindruck. Echt? Also, das finde ich gar nicht. Einen unfertigen Eindruck nicht. Klar, also, die 3D-Animation ist wirklich... Ne? Aber, ähm... Aber den Rest finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Okay. Laufende Verhandlung. Ein Gerücht gibt es dazu. Besser als Millennia. So, Transfers und Verlängerung. Jetzt sehen wir hier die gesamten Transfers und Verlängerung in den, äh, Ligen, die wir beobachten. So. Hast du schon den textbasierten Modus ausprobiert? Ne, nur den 3D-Modus. Am Anfang der 90er. Ja, so schlecht ist es auch nicht. Ist Millenia-Niveau. Spekt für den Kicker? Ja, immerhin schreiben sie was zu Fußball. Ähm... Die wollen ihn wirklich kaufen. Die wollen ihn wirklich kaufen. Ne. 160.000? Ne. Ne, 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 ne. Der bleibt schön bei uns. Der bleibt schön bei uns. Der soll hierbei bleiben. Okay. Jetzt ist wieder der Wochenstart. Und jetzt kommt wieder die Routine, die wir bereits am Anfang hatten. Ähm... Wie das aussieht, ist doch ja... Ja, also eine schöne Darstellung ist natürlich immer schön dabei. Eine schöne Darstellung ist immer schön. Den, 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 den. Ranger 2024. Ähm... Aber, ja, 31 recht. Ja, aber dann haben wir keinen mehr. Dann haben wir keinen mehr. Ich mag den drei Demos. Ein Manager-Spiel. Überhaupt eine Engine. Also, sie haben es halt im Nachgang reingebracht. Eigentlich wollten sie es gar nicht so sehr reinpacken. Sie haben es im Nachgang halt ergänzt. Ähm, ja. Oh. Ich hoffe, ich hoffe, ich fange mir jetzt nicht das ein, was meine Frau hat. Oh. Gerade übelster Magenschmerz. Oh. Ich sage nur so viel, im Kindergarten geht momentan Magen-Darm-Grippe rum. Oh, okay. So. So. Schnäpsle für den Magen. Ne, alles gut. Alles gut. Alles gut. Passt schon. Das war jetzt nur einmal so ein, so ein Kneifen auf einmal. Ähm. Ähm. Was wollen wir als nächstes tun? Wochenstart. Nächstes Spiel. Spielerförderung. Kader verbessern. Organisatorisches. Wir werden mal Kader verbessern. 2-D6 auf Heilzauber. Hm. Ich rechne auch damit. Ich rechne auch damit. So. Okay. Und dann haben wir einmal hier nochmal die Möglichkeit. Ne, wir werden jetzt mal Offensivspiel angehen. Das Offensivspiel ein bisschen mehr fokussieren. Gut zu wissen. Verträglichkeit. Verträglichkeit sorgt dafür, dass der Spieler gut mit seinen Teamkollegen auskommt und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Zu viel Harmonie ist aber für eine erfolgreiche Mannschaft auf Dauer extrem schädlich. Es braucht also auch Spieler, die anecken und gele... Was? Zu viel Harmonie ist aber für eine erfolgreiche Mannschaft auf Dauer extrem schädlich? Es braucht auch Spieler, die anecken und gelegentlich laut werden? Was soll das denn für ein Tipp sein? Eine Mannschaft, die harmonisch zusammen agiert, ist im Regelfall immer effektiver als eine Mannschaft, die einen dabei hat, der richtig einen auf dicke Hose macht. Wahrscheinlich meinen sie es anders, als anecken und gelegentlich laut werden. Das hört sich jetzt so an, als wenn er der Arsch vom Herrn ist. Das ist einfach mal einer, der zwischendrin auf den Tisch haut. Ich glaube, so was meinen die eher damit. So. Also nicht Bayer 09. Die meinen sowas wie Führungsspieler, glaube ich auch. Ich glaube auch, die meinen da einfach jemanden, der mal zwischendrin durchgreifen kann und wenn es mal ein bisschen schludert, sagen kann, okay, Jungs, es ist ja schön und gut, Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen, ne? Also es soll jetzt nicht hier so ein unsympathischer Typ sein, sondern einfach jemand, so eine Cheffigur, so ein Führungsspieler halt, ne? So ein Führungsspieler. Okay. Ein Klaus Kinski. Hau ich die ein aufs Maul! Gut. Wie sieht es jetzt aus beim Scouting? Haben die da schon irgendwas herausfinden können oder so? Fortschritt ist jetzt bei der Hälfte ungefähr. Wir gucken noch mal bei uns in den Kader selber rein. Ne, gar nicht beim Kader. Wir gucken in die Aufstellung rein. Da haben wir die ja jetzt so aufgestellt. Der Co-Trainer macht die Aufstellung komplett. Lassen wir jetzt weg. Und wir werden die weiterhin hier so stehen lassen. Wir gucken mal, orientieren uns mal an der Gesamtstärke. Hier gibt es nämlich noch ein ZM mit 4,0. Hier gibt es aber auch noch ein DM mit 4,5. Der hat als zweite Position den RM-Status. Lass uns mal gucken, was wir machen könnten mit dem, wenn wir den hier reinpacken. Mats Nagel, Marvin Weidner. Marvin Weidner war ja irgendwie nicht so die Verstärkung dafür. Ach, der Mats Nagel steht doch hier. Ich habe gerade die... Halt, Stopp! Vergessen, was ich gesagt habe. Ich habe hier gerade den verschoben, den verschoben, der auf dem Spielfeld drauf ist. Ich wollte hier in die blaue Liste reingucken. Wie ist denn der erste Eindruck? Es ist wie Woyah Football, wie die vorherige Version. Mit ein paar Verbesserungen, mit einer schöneren Darstellung und halt vor allem sehr viel schneller in seinem Spieldurchgang, als es zum Beispiel mit dem Footballmanager der Fall gewesen ist. Frank, einen wunderschönen guten Tag. Gottfried Valentino? Haben wir hier einen niemanden? Den hier hätten wir rein theoretisch noch. 3,5, aber auch den brauchen wir nicht unbedingt. Nee, nee, wir lassen das dann dabei. Gucken nochmal bei persönliches. Karriere. Hier könnten wir im Privatleben jetzt ein bisschen was machen. Wir könnten zum Beispiel Sport treiben. Automatisch einmal die Woche Sport treiben. Das machen wir mal. Ja? Wir müssen nämlich auch auf unsere Gesundheit achten. Wenn wir uns zu wenig bewegen, zu viel auf uns selber achten, zu viel Stress haben, dann kann es sein, dass auf einmal Ranger das Zeitliche segnet. Im Spiel. Okay. Dein Hintergrund macht mich aggressiv, aber du brauchst das wohl. Was für ein Hintergrund macht dich aggressiv? Und warum macht dich ein Hintergrund aggressiv? Sag mal, geh mal in die Entspannungstherapie, mein Freund. Schön entspannt, Wusar. Nicht außer Ruhe bringen lassen. Stell dir vor, du bist im Gefecht gebunden. Da kannst du dich nicht dadurch... So. Die Hintergrundmusik. Ach so. Nee, ich brauch die nicht. Ich weiß nicht, wie ich die umstellen kann. Ich kann die Musik, glaube ich, nur einmal... Die kann man, glaube ich, nur im Hauptmenü ausstellen. Was ist denn das hier? Es gibt einen Light Mode? Oh Gott. Ah! Ah! Oh, hier kann man die Musik einstellen. Ja, ein bisschen lassen wir. So, wir gehen mal hier hin. Ähm... Wo waren wir? Hier waren wir. Grundsie, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wochenende. Yay. Hurra. Endlich Wochenende. Endlich Wochenende. Ähm... Wir könnten noch ein Gespräch vereinbaren. Mit dem brauchen wir jetzt auch alles gerade nicht. Potenzielle Ziele, Privatleben. Da haben wir uns schon mal einmal gesagt. Einmal Sport, ne? Äh... Das ist der geistige Nachfolger von Anstoß, oder? Ja. Also, das ist schon der zweite Teil. We are Football gab's schon mal. Und jetzt ist We are Football 2024. Quasi eine Weiterentwicklung. Weiterentwicklung einmal. Ähm... Und... Äh... Mit ein paar... Äh... Wie ein Update 2.0. Also das, was wir vielleicht von Stellaris 2.0 kennen. Das ist jetzt hier mit We are Football 2024. Ich weiß noch nicht, wie teuer das hinterher sein wird. Aber es ist der geistige Nachfolger von Anstoß. Und das Anstoß, was jetzt letztens rausgekommen ist, ist von einem anderen Entwickler. Das hier ist vom ursprünglichen Anstoßentwickler. Wir könnten uns auch weiterbilden. Wisst ihr was? Wir machen jetzt auch mal eine Weiterbildung hier. Die werden wir auch mal einstreuen. Nämlich am Montag werden wir uns mal weiterbilden lassen. Und wir können noch bei der Familie hier schauen. Oh, Rangiria. Meine 62-jährige Göttin des Sexlebens. Du, die wildeste von allen. Verflucht sei ich, Scharlatan. Ich erröte, wenn ich dich sehe, in meinem Bette. Dahinsiechend. Hm. Okay. So. Genau. Der Nach-Nachfolger möchte. Preis unter 40 Euro. Das ist doch fair. Das ist doch fair. Also ich denke auch, dass es nicht teurer wird als der Vorgänger. Und der Vorgänger war... Ich muss mich mal eben kurz gucken. Der Vorgänger hat 25 Euro gekostet. Hunter-Nach. Hallo. Also könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich hoffe, dass ich von Gamesplane vielleicht einen Rabattcode dafür bekomme. Dann könnte es ein bisschen günstiger für euch sein. Ähm... Ich bin eigentlich zufrieden. Also wir müssen halt die Mannschaft mehr beobachten. Weil wir können ja jetzt... Also jetzt können wir noch nicht so viele Schlüssel daraus ziehen. Wir müssen halt ein bisschen beobachten. Ein bisschen Scouting betreiben. Und wir gucken halt, wie die sich weiterentwickeln werden. Wir schauen nochmal in der U19-Mannschaft. Da haben wir auch nochmal einige. Die wir auch ebenfalls nochmal behalten können. U19-Training ansehen. Streichen. Vertragsgespräch. Jugendspiele abwerben. Wir können uns von denen nochmal ansehen. Hier. Nachdem wir uns weitergebildet haben, gucken wir das Training von denen einmal an. 39 Euro beziehungsweise um den Dreh habe ich gehört. Achso. Okay. Okay. Ja. Und sonst passt es ja erstmal. Ich meine auch hier. Wir brauchen ja auch nicht unser Gelände jetzt momentan erhöhen. Weil das bringt uns sowieso nichts. Das Blick bringt uns derzeit sowieso nichts. Können maximal überlegen, ob wir wirklich noch ein zweites Bürogebäude irgendwo hinbauen wollen. Die Frage ist halt nur wo. So. Clubmuseum. Büroetage. Können wir die da drüber setzen? Ja. Komm. Dann bauen wir da drüber eine Büroetage. Äh. Ne. Warte mal. Wie toll war das denn? 200.000. Ja. Das passt doch. Das passt doch. Okay. Das werden wir auch akzeptieren. 200.000 werden wir dafür ausgeben. Dann haben wir nämlich wieder die Bürokapazitäten komplett genutzt. Und dann gehen wir jetzt einmal weiter. HR schlägt ihnen vor die Position, Jugendtrainer U19 neu zu besetzen. Das machen wir am Dienstag. Dann einmal selber Sport machen. Das machen wir hier zum Abschluss des Tages. Sehr schön. So kann man gut in die Woche starten. Die Jugendabteilung schlägt vor, einen Sichtungstag zu organisieren. Ja. Machen wir uns doch mal. Mittwoch machen wir so einen Sichtungstag. Okay. Sehr schön. Sollen nicht sparen, sparen, sparen die Devise sein? Ja. Man muss ja auch heute schon in die Zukunft investieren. Ja. Auch da. Ich bin auf die Mods gespannt mit Echtdaten. Ich auch. Ich bin... Ich brauche auch immer die Echtdaten. Für mich ist ja auch ein Manager, beziehungsweise so ein Simulator, wie es hier in dem Fall ist, soll ja auch die Realität so ein bisschen simulieren. Und deswegen freue ich mich schon wirklich da drauf, wenn dann auf einmal die ganzen Daten da drin sind. Und, ne, wir müssen ja auch mal gucken, ja. Wenn Bayern das erste Mal nicht deutscher Meister wird, dann müssen wir ja die ganzen Daten auf einmal umwerfen, dass Bayern nicht mehr die ganze Zeit deutscher Meister wird. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es beim Footballmanager ist. Da ist es wahrscheinlich nur ausgewogen, ne? Naja. Wir lassen jetzt auch alles. Könnten hier viele feine Details angehen, aber ich will erstmal die Mannschaft sehen. Wir müssen die Mannschaft mehr kennenlernen. Das ist noch 33 Tage, bis wir das erste Spiel haben. Aus EBS Community gibt es schon eine Mod dafür. Ich weiß noch nicht, ob das schon eine offizielle ist, die man sich dann runterladen kann, die man schon nutzen darf dann. Deswegen wollte ich es jetzt für die Preview erstmal außen vor lassen. Ich habe es nämlich nicht mit den Entwicklern oder ähnliches abgesprochen. Und ohne Absprache wollte ich es jetzt auch nicht angehen. Den hat die EA platt gemacht, aber der letzte, der Fußballmanager 2013, wird noch weiterentwickelt über Updates und Patches. Seht ihr diesen heiligen Kranz hier drumrum? Und das hier, dieser Schatten, den ihr hier seht, das ist ein Umzugskarton, der noch zusammengefalten ist. Ranger. Das ist der MacGyver. Das ist ein MacGyver-Daseins. Die wollen den immer noch haben, Arne Nolde, für 230.000. 50.000 über Marktwert. Was sagt ihr? Kaufen? Äh, verkaufen? Halten? Ihr seht das schon wieder nicht. Ey, das ist ja... Hier. Der steht einfach so hier. Der hat tatsächlich nichts zu bedeuten. Weg. Verkaufen und Neuen einkaufen. Schickt ihnen ein Ohr von ihnen und die zieht sich das Lösegeld erhöhen. Halt, stopp, falsches Spiel. Der ist schon gut, der ist schon gut, ja. Der ist teamrelevant. Der ist eigentlich unsere Sturmspitze. Der ist einer unserer Besten. Also wir würden jetzt nur verkaufen, um Geld zu machen mit dem. Dann behalten. Okay, dann behalten wir den. Dann sagen wir... Och, ich seh schon wieder die Maus nicht mehr. Ablehnen. Jetzt seht ihr schon wieder nichts mehr. So. Ähm. Abteilungsleiter. Wo ist denn die Maus? Ach, Gottes Willen. Der Dario... Dario Kessler. Vertragsdauer. Jahresgehalt 17.000. Gesamtgehalt 34.000. Ist für mich auch noch in Ordnung. Können wir auch noch machen. Vertrag unterschreiben. Werden wir dann jetzt auch nochmal angehen. Machen wir. So. Sie können pro Sichtungstag genau einen Jugendspieler für ihren Jugendkader verpflichten. Treffen sie also eine gute Wahl. Je länger der Tag dauert, desto mehr wissen sie über die Kandidaten. Schauen wir mal genau an, was bei denen da passiert. Was mit denen da wo passiert. 13 Jahre alt ist der. Ja, mit 13 Jahren muss man schon mal gefördert werden. Ist aber schon 31 und wird nicht jünger. Aber wenn wir natürlich keinen Spieler mehr haben, dann ist es auch blöd. Schon wieder seht ihr... Das ist aber auch echt wirklich... Was ist denn das? Ja, die Zeit läuft übrigens runter. Ich muss raus-tabben. Wenn ich aus dem Spiel raus-tabbe, dann seht ihr alles in Echtzeit. Ja, die sind jetzt alle nicht so gut, ne? Oder sind die festgelegt? Du kannst die ändern, aber du brauchst dafür diesen Editor. Also die kannst du nicht im Spiel selber ändern, soweit ich es gesehen habe. Okay. Wisst ihr was? Wir werden in der Zeit schon mal den nächsten Key verlosen. Hoppala. Jetzt hätte ich fast die Keys gesehen. So geht es jetzt aber hier... So geht es jetzt aber nicht. Deswegen gehe ich einmal zurück. Ähm... Wir werden jetzt einmal den zweiten Key verlosen. Weil heute ist ja... Wir müssen ja um 18 Uhr Richtung Rust-A-Lot aufbrechen. Das heißt... Liebe Leute, ich werde jetzt gleich einmal kurz ums Eck gehen. Und, Hansa-Fan, ein wunderschönes Moin Moin auch an dich. Und ihr könnt... Ja, jetzt gibt es hier noch einen Key. Jetzt könnt ihr irgendwas, irgendwas in den Chat reinschreiben. Und könntet dadurch möglicherweise einen Key erhalten. So sieht es hier aus. Wenn ihr jetzt irgendwas in den Chat reinschreibt, könntet ihr dadurch einen Key gewinnen. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Da würde ich mich aber sehr drüber freuen. So. Ihr könnt einen Key gewinnen. Ich bin sofort wieder zurück. Irgendwas in den Chat reinschreiben. Vorher endet das Giveaway nicht. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So. Ich bin sofort wieder zurück. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der wird erst am Release-Tag zugestellt, weil ich den aus eigener Tasche finanziere Und dann erst kaufen kann, wenn ihr kaufen könnt Deswegen werden euch dann die Moderatoren sagen, wie es dann weitergeht Okay, so, okay, und der glückliche Gewinner ist jetzt Templeton-Pack Ab Release-Tag, mit denen natürlich dann die Entwickler nichts zu tun haben So, okay, sehr schön, danke Schreib einen der Moderatoren an Dann haben wir den zweiten Key rausgehauen Einen weiteren Key wird es heute noch geben Ähm, den ihr dann noch gewinnen könnt Für WeaFootball 2024 Angerius beschenkt uns armen Pöbel So schaut's nämlich aus So schaut's nämlich aus Und mir kannst du mir den gerne zukommen lassen Jaja, klar, natürlich Ich frag mich nur gerade, was das jetzt hier ist mit der Grafik Ne, das ist Ich muss einmal in die Einstellung zurück Aber man kommt hier gefühlt nicht in die Einstellung Team-Fortschritt Oh, Trainingsziel hat sich erfüllt Bei Sultan Tufan Sultan Tufan ist auch ein Name Ähm Und jetzt? Muss ich jetzt den Talent Muss ich das Talent jetzt vergeben? Ich kann leider hier nichts auswählen, ist das Problem Der Co-Trainer hat herausgefunden, dass ihr Spieler Sultan Tufan bereits 25 Fortschritt bei der Fähigkeit Abwürfe gemacht hat Stellen Sie das Trainingsziel um Wenn er dies komplett erlernen soll Bei der Fähigkeit Abwürfe Welche sind denn das hier? Das hier ist wahrscheinlich Abwürfe Ja, da habe ich dann auch Abwürfe gemacht Sehr gut Dann gehen wir jetzt einmal weiter in das Spiel rein Ja, damals war schon wirklich cool Diese Management-Spiele Fand ich auch immer sehr gut Äh, ich gucke mal kurz hier bei Grafik und Sound Warum ist das so? Darstellung randlos Machen wir Vollbild V-Sync aus Ich glaube, das ist es jetzt Grafik und Sound Jetzt haben wir Vollbild Ja, jetzt kann ich auch nicht einfach raus tappen Jetzt haben wir Renderauflösung Bloom-Fans Das passt auch Spiel speichern Feedback könnten wir noch senden Nur ein Budget 150 Sekunden Ja, das passt jetzt Jetzt haben wir alles Okay Jetzt haben wir alles Wir gucken mal in den Kalender rein Wann ist denn hier das nächste Spiel? Events? Nee, Events ist es nicht Wo haben wir denn den Kalender jetzt für uns? Mit den Spieltagen Äh, Assistenten Assistenten müssen wir auch nochmal rein Macht komplette Aufstellung Besetzt Banken Verteilt Aufgaben Bestimmt Taktik Bestimmt Taktik Bestimmt Taktik Nee Co-Trainer stellt Team ein Co-Trainer wechselt aus Co-Trainer managt Trainingsgruppen Wir lassen den Co-Trainer erstmal den Rest hier machen Ja Der soll von mir aus Soll ich hier erstmal ein bisschen Bisschen, äh Planen Hier drüben haben wir es, ja Ähm Nee, jetzt haben wir den Jahreskalender Da können wir auch eine Jahresplanung angeben Jetzt haben wir hier unsere gesamte Woche vor uns Eins, zwei, drei Vier Wochen Dann geht das Spiel Das Spiel los Ich würde gerne, äh Auswechseln willst du doch selbst machen Ja Auswechseln will ich selbst machen Stimmt Da hast du recht Co-Trainer wechselt aus Nehmen wir raus Ja Okay Okay Ich würde aber auch gerne Ich würde aber auch gerne Jetzt mal vielleicht ein Talent kaufen Auch wenn wir den noch nicht komplett gescoutet haben Würde ich gerne mal mit denen ins Vorgespräch gehen Das machen wir hier Sebastian Kleinhans Okay Ähm Und ich würde gerne noch mal Noch mal ein Freundschaftsspiel ansetzen Können wir das auch noch mal machen? Das ging doch ebenfalls hier Turnier vereinbaren Spiel vereinbaren Da haben wir es Das heißt wir wollen mal ein Spiel vereinbaren Das werden wir Montag planen Und dann werden wir am Ende des Tages Sport angehen Unterkünfte sind gut Turnier könnten wir auch noch angehen Trainingslager organisieren Da gehen wir auch schon drauf Ähm Die hier sind alle Zurecht eingestellt Details Auch noch den Key Kann mal einer Hellsmarch bitte eben sagen Was ich Was ich Gesagt habe So Äh Wir machen uns mal ein Fluchlicht unterm Dach Ich weiß es noch nicht Ich weiß es noch nicht Wir bleiben aber einfach im Flachdach Und wir lassen aber auch Die Laufbahn Das hier Das Muster nehmen wir aber raus Okay Okay Ja Ne Da werden wir jetzt auch nichts dran ergänzen Da werden wir jetzt auch nichts dran ergänzen Anreise werden wir auch nicht verbessern Ich meine Wir sind als kleiner Verein Wir haben sowieso nicht mehr Möglichkeiten Außer dass wir jetzt die ganze Zeit versuchen werden Jetzt bin ich gespannt Jetzt kommt der Rüberwechsel Ich bin mal gespannt Ob das wirklich an dem Vollbild lag Ne Was ist das für ein Unsinn Welch ein seltsamer Unsinn Okay Jetzt haben wir hier die Vorgespräche Der Spieler weiß ihre Zeit sehr zu schätzen Ich kann mir einen Wechsel vorstellen Meint er Aber es ist ja nicht so Dass ich unbedingt weg möchte Ihr Interesse ehrt mich auf jeden Fall Es ist ja schön Dass dich dann mein Interesse ehrt Aber ich will ehrlich gesagt Auch mit dir jetzt mal ein bisschen Passionierter Hobbysport Ja das ist das Was wir für unsere Mannschaft brauchen Geht's nochmal rüber Dann geht's wieder hier rein Welche Schabernack spielt Dieses Ballspiel hier nur mit uns Ich kann es euch nicht sagen Das ist absolut wild Gegen Freiburg könnten wir ein Spiel machen Oder gegen Stamphal Mainz Wir werden mal Gegen Stamphal Mainz angehen Die haben nämlich auch Nur drei Sterne Vielleicht hätten wir dann die Möglichkeit Wenigstens mal einen Sieg davon zu tragen Aber das ist interessant Der greift halt überhaupt nicht die Bildquelle ab Also das was ihr jetzt hier seht Ihr seht ja Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so mache Seht ihr wie ich auf dem Bildschirm wechsle Auf den Desktop wechsle Aber wenn ich da drin bleibe Dennoch ist es für euch kein Problem Das muss man auch dazu sagen Ach jetzt geht das Spiel schon los Wenn ihr selber im Spiel seid Ist es für euch kein Problem Gleich stieße ich noch aus Versehen OBS ich sage es euch Das ist ein schnelles Spiel Wir sind schon im Freundschaftsspiel Geht schon los So jetzt seht ihr hier wie das Fenster aussieht Das konntet ihr ja vorhin nicht sehen Ich werde mal gucken Was ist denn wenn ich jetzt hier drauf gehe Und dann das Spiel einfach nur anzeigen lasse Reicht das dann jetzt aus Ja jetzt läuft es da drin Norderstedt gegen Stamphal Mainz 30. Minute Überhaupt nichts passiert bislang Super Genau so muss gutes Ballspiel aussehen Genau so muss gutes Ballspiel aussehen Man muss den Feind auch mal ein bisschen unter Druck setzen Angriff Norderstedt 44. Minute Marvin Weidner im Sturm Und lässt sich den Ball einfach abnehmen Das ist einfach unterbindet den Angriff Ist einfach in den Gegner reingelaufen Das sind sie Das sind sie die Norderstädter Das ist unser Spiel Genauso muss der Fluss aussehen dafür Und Halbzeit Ja Heißt das nicht Norderstedt 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 Hauptsache alle sind da nett Zur Pause Zur Norde Respekt Ja der Gegner hat Glück gehabt Der Gegner hat Glück gehabt bislang Wir wollen die Taktik nicht ändern Das einzige was ich jetzt hier haben möchte Ähm Ist jetzt Direkter Angriffsfußball Den werden wir jetzt spielen Den habe ich jetzt für die aktiviert Gerig einen wunderschönen Tag Und es geht los So Konterstampal Mainz 52. Minute direkt Obwohl wir direkt im Angriff sind Dieter Grote Rennt allein auf das Tor Zu rechts außen Läuft noch einer Passt er rüber Er passt tatsächlich rüber Und wieder rückt Pass Und damit haben sie ein Tor geschossen Ist das eine Graupentruppe Die wir hier haben Ne ehrlich Ohne Mist Vierer Verteidigungskette Einer ist extra zurück Um Beton anzurühren Und da geht keiner Auf den Gegner drauf Mein Gott Es scheint ein spannungsgeladenes Spiel zu sein 90. Minute Wir haben eine Torchance gesehen In der 52. Minute Bei der Aufstellung Das ist eine super Aufstellung Das ist eine super Aufstellung Keine Kritik hier am Trainer selber Keine Kritik hier am Trainer selber Der Trainer hat hier alles richtig gemacht Die Mannschaft ist schuld Man muss viel häufiger sagen Dass die Mannschaft schuld ist Wo war Wege Als die Westfold fiel So Offensiv Ja offensiver Fußball Gewinnt Spiele Defensiver Fußball Kann nur die Null halten Wer war nochmal schuld Die Mannschaft Alleine die Mannschaft ist schuld Woran halt gelegen Ja woran halt denn gelegen Ein Sterne Trainer Ja Trainingsverletzung Jetzt hat auch noch einer Die Trainingsverletzung bekommen Das sind alles nur Freundschaftsspiele Das ist einfach nur Um die Mannschaft kennenzulernen Ja Nur damit das hier von vornherein Mal klar ist Wir wissen dadurch nur Wo wir hier Akzente setzen Arthur Schink Der ist der sogenannte Begründer des Schinken Das ist tatsächlich eine Fußballart Eine Fußballvariante Eine spezielle Taktik In der Beim Schinken Da wird eine richtig Fette Wand aufgebaut Die sich dann langsam abrollt Über das Spielfeld Das ist dann die sogenannte Schinkenrolle Kennt viele Kennt viele nicht Ähm Ich kenn sie Punkt Den werden wir nicht verkaufen Marktwert ist 270.000 Wir warten nochmal Ob er ein zweites Angebot bekommt Das Problem ist halt Wir haben halt wirklich Gar keine guten Spieler Bei uns Das ist so das Problem Insgesamt betrachtet Wir wollen jetzt mal gucken Ähm Trainingsergebnis In dieser Woche Ja Die tut sich aber auch Wirklich schwer Sich zu erhöhen Fortschritt Training Ziel Hoffentlich kein gerauchter Schinken Die haben kaum Kondition Boah 290.000 Mittlerweile Die sind 110.000 Übermarktwert Boah Also das ist jetzt schon Echt viel Das ist das dritte Angebot von denen Die wollen den Arne Nolden Auf jeden Fall haben Verkaufen und Neuen einkaufen Jetzt lohnt es sich Jetzt wechauen Jetzt wechauen Der ist eh 31 Die Fans werden dich lieben Ja man muss sich auch mal Gegen die Masse stellen So Hier Termin vereinbaren Der wird jetzt verkauft Den verkaufen wir Für den schmalen Thaler So Pressing Ja Spielerförderung Spielerförderung Oder Kader Verbessern Ne wir gehen auf Spielerförderung Wir werden mal Ein wenig Unseren Torwart Werden wir Verbessern Diesen Spieler Zusätzlich Booten Zusätzlicher Trainingsboost Für alle Den werden wir mal Aktivieren Alle Spiele erhalten Einen zusätzlichen Trainingsfortschritt Von 2% Möchten sie diesen Aktionspunkt Jetzt wirklich einsetzen Ja Ich meine wofür habe ich sonst Die Aktionspunkte So Wochenstart Weiter geht's Jetzt geht's hier los Möchten behalten Und den Rest der Mannschaft Verkaufen Das können wir natürlich auch machen Ist auch eine Möglichkeit Du hast absolut recht Du hast absolut recht Ja jetzt müssen wir beim Scouting Auf jeden Fall den kleinen Hans holen Der ist ja schon an uns interessiert Das heißt wir gehen jetzt mit dem In die Vertragsgespräche Erst hauen wir den einen raus Dann hauen wir den anderen rein Während zwei 20-Jährige eintauschen Was? Was? Wir gehen mal aber auch jetzt nochmal In unsere Aufstellung rein Ich bin Ich bin Ich bin nicht zufrieden Mit der Leistung dieser Mannschaft Nicht zufrieden Wir werden die hier mal Ein bisschen offensiver einsetzen 3,3 Haben wir kein LAS Linksaußen Wir haben RS Wir haben rechtsaußen Mit einer 2,6 Danke für nichts Ey Ehrlich Necro Grüß dich Okay Geht wieder Ich glaube ich werde wirklich krank Nun ne Manchmal muss es auch spontan Übereigen kommen Während man gerade im Stream ist Vor 10 Leuten Vor 10 Leuten kann man dann auch Schon mal durchaus Im Stream seine Anfälle bekommen Naja Das heißt seine Anfälle Also ich bin einfach nur Glaub ich kriege Oh Magenkrämpfe Huh Wir sind noch nur 7 So sieht es aus So sieht es aus So Okay Okay So Okay 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 Genug Okay Noll ist dein bester Mann Ja aber wir müssen uns neue kaufen Wir müssen uns neue kaufen Du hast keinen Ersatz Den wollen wir uns ja als nächstes holen Würde auch gerne den Transfermarkt sehen Das machen wir jetzt gleich Das machen wir jetzt gleich Also wir haben ja schon Ein bisschen geschaut Ob wir uns das scouten können Wir werden jetzt gleich Einen Verkauf tätigen Und jetzt gleich Einen Einkauf tätigen Trotzdem Die Bodos Grüß dich Hi Also für das Was wir Was hier Hier haben wir nicht mehr Möglichkeiten Hier haben wir Wir hätten den Schinken kaufen sollen Ja Den Den Schinken Die Schinkenrolle Hätten wir uns holen sollen Ja scheiße Ich würde eigentlich gerne Würde ich Ich könnte mir das auch so vorstellen Dass wir so spielen würden 4-3-3 Das wäre auch noch eine Möglichkeit Dass wir ein 4-3-3 angehen Bisschen breiter uns aufstellen Hier im Mittelfeld Können wir mit dem hier eine 3,7 füllen Wir haben noch ein DM Könnten wir den DM auch vorne einsetzen 3,0 Ne der ist Der ist recht schwach vorne drin Niedermeier Tom Niedermeier Hätten wir noch 1,4 Ne Ja wir können die noch nicht machen Ist das Problem Wir haben halt keinen vernünftigen LAS Wir haben einen RAS mäßigen Den Wendler Matthias Aber der Der Marvin Weidner Der macht wenigstens Nur seine 3,6 hier voll Das reicht ja schon mal Aber Ein LAS fehlt uns Uns fehlt jemand Für die linke Seite Können Nils Rudolf nehmen Für die Position Wir nehmen Nils Rudolf Lassen den hier auf der linken Seite Und jetzt brauchen wir nur noch einen fürs Mittelfeld Gucken wir nochmal ZM Wen haben wir da Tufa Den könnten wir dann hier rein wechseln Aber da müssen wir auch schon wieder schauen Weil der ist nämlich offensiv ein bisschen stärker Können wir den hier vorne hin packen 3,1 Ja ne nicht HS So Haben wir noch jemanden Oder jemand anderen Vielleicht auch einen OM am besten Weidner Marvin Weidner hätten wir noch Was ist denn wenn wir die beiden miteinander tauschen 3,6 Und 4,2 4,3 sogar Der hat eine 4,0 Den müssen wir sowieso schon mal da hin packen Weil den Nolden werden wir ja verkaufen Das heißt wir müssen mit dem Nolden schon mal Dürfen wir mit dem schon mal nicht mehr rechnen Ähm Wir haben noch die Möglichkeit Matthias Wendler dort aufzustellen Ne wir nehmen den Tobias Spörl Wie wäre der Kirschbaum 2,4 Ne Wir machen das so Bisschen zurück Ihr bleibt so auf der Auf der Höhe Ja jetzt nicht kurz vom 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 Außenbereich So Auf dem Meterpunkt Und dann werden wir mit denen hier Ja du gehst auch nochmal einen Schritt nach vorne Vertraue da noch nicht so was drauf Wir werden mit denen hier ein bisschen weiter nach außen gehen Da ungefähr hin Der Memo Moin Und vielen lieben Dank für deinen Sub Im elften Monat Vielen lieben Dank dafür Sehr sehr lieb Benni Moin Wir können so mit denen spielen Ein enge Ein enges Dreieck Also wir gehen mit den LAV Also rechts außen und links außen Gehen wir ein bisschen weiter nach außen auch Und gehen damit so eine Art So eine Art V Könnte man sagen Die beiden Innenverteidiger lassen wir auf selber Höhe Ja vielleicht minimal Ihn hier ein bisschen Bisschen zurück So Dass die dann hier die Mitte zumachen können Den Matznagel lassen wir aber auch noch recht weit hinten Damit der 6 seiner Verteidigung aushelfen kann Dass wir auf eine 5er Kette hochgehen könnten Die OMs Also die sind Eigentlich sind die ZM Die werden jetzt hier nur OM mäßig angezeigt Das ist halt direkt an der Grenze zu ZM Ich überlege Ob wir entweder mit einem engen Dreieck Und da sehr offensiv spielen Oder ob wir einen zurückfallen lassen ZM einsetzen werden Und dann den hier ein bisschen offensiver nach vorne packen Weil wäre dann nicht die Frage Ob wir da lieber so rum machen So Bald ein Jahr Ranger hinter mir Seitdem ist mein Aim besser geworden Mein Haarausfall hat aufgehört Und ich habe Maserati gewonnen Ein Abo ist stark zu empfehlen So sieht es nämlich aus So sieht es nämlich aus Geht übrigens auch über den Twitch Prime Kostenlos Mehrkostenfrei Und dann könnt ihr Amazon was aus der Tasche klauen Dem konnte Creator eurer Wahl geben Zum Beispiel Ranger So wir als Moini Grüß dich hallo Ich glaube damit kann man jetzt Damit können wir zumindest mal versuchen Versuchen Vorwärts zu gehen Ähm Ja Ja doch Doch Okay Und dann gehen wir eine Runde weiter Spieler schicken Ihre Fanabteilung wird es begrüßen Wenn sie einen Spieler in den Fanclub besuchen Schicken könnten Wer von denen ist denn so richtig Nochmal hier irgendwie den Den Nolden nochmal da hinschicken Damit bevor verkauft wird nochmal eigentlich mit Alle mitreißt Wir nehmen eine Matzen Matzenagel mal So Ihre Organisationsabteilung will in Kürze Die Saisoneröffnung organisieren Das machen wir dann am Am Freitag Ja schön Freitag Morgen Da geht es dann richtig ab So Fanclub besuchen Das machen wir vielleicht davor sogar noch Finanzabteilung schlägt vor Dass sie neuen Branden Branden Entschuldigung Brandenwerbung suchen Ja Und ihre Organisationsabteilung schlägt ein Freundschaftsspiel vor Noch ein Freundschaftsspiel Das werden wir mal danach organisieren Okay Und dann eine Runde weiter Das lassen wir auch erstmal wieder so Jetzt kommt wieder hier diese Ach das 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 nervt mich richtig hart Das muss ich ganz ehrlich sagen Das nervt mich richtig hart So Ich seh die Maus schon wieder nicht Ey Ist das Game einfacher als der Footballmanager Ich fand den auch toll Aber das war so umfangreich Da hab ich mir 40 Stunden keine Saison geschafft Ja Also das hier soll Das Durchspielen an der Saison An einem Abend An einem Wochenende ermöglichen Ja So Die Ablöse 290.000 Ich seh grad nicht wo die Maus ist Schon wieder Crazy Ops Grüß dich Beteiligung am Weiterverkauf 15% Ja Das ist ja das was wir Was wir eingesagt haben So Vertrag unterschreiben Haben wir Leon Eberhardt Ich bin fertig Eberhardt seufzt so viel Da wird die Leber hart So Und er hier 340.000 Für den anderen haben wir Wie viel haben wir gerade bekommen 290 Ne Wenn dich leiten Ja ja klar Wenn ich euch leiten lasse Guck mal hier steht Nein Das sind einzelne Strähne Was haltet ihr davon Ranger Macht ab jetzt ein bisschen Beauty Programm Wir machen mal hier Die Strähne als Zusatzfaktor Gott bin ich müde Und hab Augenringe Was haltet ihr Das ist doch ein modisches Accessoire Oder Man muss ja auch als Fußballer Selbst als Trainer Heutzutage ein bisschen auffallen Wir machen die Strähne so Okay Super Ranger Junge ist die lang Bitte die Strähne rot färben Oh Gott Die kitzelt meine Nase Ah Also Werfenbündelung Verhandlungen Ist das die Einschätzung Vorm Spiel über dich Ja Ja Dreckgoth Vibes Vielleicht geht das ja auch Auf der anderen Seite Also Ist gut so Johnny Depp Ja Ich sehe aus wie Johnny Depp Wirklich Okay Wir werden den Vertrag unterschreiben Test 2 Ich sehe dich Show your Wall of Text Hier Neuer Trend Wo ist Ranger hin Und wer ist das E-Girl Direkt 20 Jahre jünger geworden Ich sag es euch Äh Da ist die Maus Hat er gerade gesagt Uh ganz schön alt geworden Hat er gerade gesagt Ganz schön alt Hey Ist ja Muss man ja nicht Muss man ja nicht Direkt hier auf einmal Mich beleidigen Nur weil ich eine neue Frisur Hier auf einmal benutze Ähm Ja Versprechen Du stehst fast immer Auf dem Platz Das könnt ihr noch gar nicht sehen Dann muss ich erst einmal Wieder hier So Tuvalenabend Hallo Dann muss ich jetzt einmal Hier rüber gucken Äh Ich werde dich langsam aufbauen Du bist Stammspieler Ja Wir sagen erstmal Er steht häufig auf dem Platz Hat er das Frisur genannt Ja Verlängerungsoption um ein Jahr Mhm Mhm Was will er noch Verlängerungsoption Spiele ein Jahr Ja Handgeld 0 Euro Grundgehalt 95.000 pro Jahr Junge Siegesprämie 600 Euro Einsatzprämie 550 Ausstiegsklausel Ausstiegsklausel Gibt es hier nicht Budgetbelastung 95.000 Restbudget 662 Paketpreis 465 Geil Paketpreis Kann ich den auch als DLC kaufen Den Spieler Vertrag unterschreiben Herzlichen Glückwunsch Neuer Rekord Rekordtransfer Warum seht ihr das nicht Da Arne Nolden Mein Rekordtransfer Ich bin der beste Spieler der Welt Niemand hat eine Chance gegen mich Herzlichen Glückwunsch Also da muss aber nochmal dran Geschraubt werden Sebastian Kleinhans Rekordkauf Man muss auch klein anfangen So haben wir es jetzt wieder Ja endlich Boah Okay Gott sei Dank Alphanub Einen wunderschönen guten Tag Hallo Ich grüße dich Seit Jahren Gefühlen nicht gesehen Geht es dir besser So Der bekommt den klassischen 5 plus 1 2 1 Klausel plus 1 Verlängerung bei X Spielen Kein Spielgewinn Bis ich wieder da bin Wir müssen gleich eh das Spiel wechseln Also wahrscheinlich werden wir gleich In einem anderen Spiel sein Wenn du wieder kommst Aber trotzdem schön Dass du da gewesen bist Ähm Ich äh Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit Sebastian Kleinhans ist ein Lizenzverstoß Ist ein Fußballer vom FC Schwarzen Ja wahrscheinlich wird es hier bei den Standardnamen immer irgendwas dann hinterher geben So jetzt muss ich mal die Brille hier langsam aufsetzen Jetzt wird es nämlich Ernst Und Ernst wird langsam 18 Jahre alt Biometzgerei Extra Wurst Was haben wir hier Apo Optiker Augenthaler Der will auch Ja Wir nehmen Optiker Augenthaler Oder wir nehmen den hier My Prezigious Jewelery Oder Enterprise Tracking Holidays Den nehmen wir Vertragsverhalten Vertrag unterschreiben Sehr schön Wieder ein bisschen Geld bekommen Konkurrenz verpflichtet Tobias Spörl ist nicht begeistert Dass noch ein weiterer Spieler für seine Position Ja Mats Nagel veranstaltet Und einen kleinen Abende für Neuverpflichtung Damit sie sich alle besser kennenlernen Ja kommt doch heute Abend in mein Anwesen Ich weiß zwar nicht wer da alles wohnt Aber ja Was für Namen Hanna Berlin Welle Bremen Ja Welle Bremen Achso Wir sollen schon wieder ein Freundschaftsspiel veranstalten Dann spielen wir doch dieses Mal gegen Illertissen Illertissen ist Cottbus Hier Karl-Marx-Stadt Gegen Karl-Marx-Stadt spielen wir Zusätzlicher Großsponsor Sie haben einen neuen Großsponsor gewonnen Der bisher im Budget nicht berücksichtigt war Sie halten für ihr Budget zusätzlich 138.000 Euro Gut Dann geht es nochmal ein Stückchen weiter Ach ja Chemnitz war Ja ja Chemnitz war ja Karl-Marx-Stadt Saisoneröffnung Ein tolles Trainer los Nächste Ziehung in 6 Monaten Adam Nowak Ich wünsche mir Dass die Schiedsrichter Nicht mehr so oft in die Schlagzeilen geraten Wie in der vergangenen Saison Rick Mortalhammer Rick Mortalhammer Toll Dass wir so viele Talente im Kader haben Sie verdienen es Eine echte Chance zu bekommen Franker Kasten Gott zum Gruße Totster Ich grüße dich Das ist eine Trainerlösung Wie eingeschlafene Füße Joris Kunat Was Hat Ich werde hier von einem Spiel beleidigt Ich glaube ich spinne Die Mission Klassenerhalt kann beginnen Alter ey Dafür machen wir die Veranstaltung Um uns beleidigen zu lassen Ich hab mich ja schon korrigiert Laufende Verhandlung Hä Wie der ist doch jetzt verkauft Ist ja jetzt egal Ist verkauft Passt alles Hat es heuer Passt auch Das nennt sich Motivation Ranger Der Trainingszustand ist rückwärts gegangen Rückläufiger Trainingszustand Trainingsergebnisse diese Woche Das kann ja wohl nicht wahr sein Jogi mach's gut Ciao Puh Spielerförderung Standards Ne Standards noch nicht Dafür müssen wir noch Galligkeit Dafür müssen wir noch Ein bisschen besser werden Wie wäre es zum Beispiel Mit Ein bisschen Passspiel Lieber Spielerförderung Werden wir ebenfalls nutzen Und wir werden nochmal Eine Marke nutzen Um alle Trainings Zusätzlich zu boosten Im ganzen Konzept Geben wir ein Stückchen weiter Oh Gott Mein Magen Eine Sekunde Oh 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 So dann gehen wir mal gehen Ähm Ist der noch nicht da Ist der noch nicht da Ist der noch nicht da Doch da Klein Hans Da ist er Sehr schön 3,6 Alles klar Setzen wir den hier hin Jetzt grüß dich Hallo Wunderschönen guten Tag Den setzen wir dann da hin Storing Panda auch nicht Wunderschönen guten Tag Momentan Also ich sag mal Stand jetzt Sehe ich für die Megastreams Am Wochenende Echt schwarz Muss ich sagen Piet Grüß dich Willkommen zurück Okay Ähm RAS Wir brauchen noch ein RAS Ne Wir haben halt Keinen anderen RAS Als den jetzt hier Lass uns mal kurz gucken Bei den Positionen Hoppala Bei den Positionen Hier Wir hätten noch Wendler Matthias Der ist aber schlechter Genauso wie Tom Niedermeier Der andere Kurt Ah ne Der wäre auch 2,4 Also der den wir jetzt hier haben Der Spörl Der ist schon besser Der ist schon besser Der Krell Kalle Ist da leider auch Überhaupt nicht gut Wir werden uns gleich mal beim Wenn wir in Rustalot sind Werden wir uns mal hinstellen Ein bisschen RAV wäre auch gut Neu Wir brauchen auf jeden Fall RAS Und wir brauchen RAV Ja 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 Wir gehen noch mal In Scouting Und gucken beim Scouting Nochmal bei den Spielerverpflichtungen Nach einem RAV Rechtsaußenverteidiger Da Und zwar Mit einem Budget Warum wird uns das Budget denn eigentlich nicht hier drin angezeigt Das wäre doch nochmal eine schöne Sache Ja Ja Wenn Wenn dann lasse ich Wenn dann müsste ich morgen Abend ausfallen lassen Also wir werden morgen früh auf jeden Fall einen Stream anwerfen Das steht fest Um 9 Uhr Weil ich mich auch einfach tierisch auf das Spiel freue Und dann muss ich mal schauen Ähm Wie es dann so aussehen wird Warum sehen wir das Geld hier nicht drin Das ist ein bisschen schade Sonst müssen wir jedes Mal hier zurück gehen Aus Budget 373.000 haben wir momentan noch So Spielersuche 373.000 Das heißt wir können maximal 370 aus Gehen wir auf 300 So Und Die müssen in gar keiner Liga sein Wir wollen nur nach dem Stufenpotenzial gucken Und da hätten wir mit Jens-Peter Kastner Eigentlich eine gute Person Der ist auch erst 23 Jahre alt Der könnte uns helfen Er hat auch sogar fast einen Silberstern Wir gehen mal mit dem Nee Wir scouten den erstmal Und wir brauchen noch Wir werden mal zwei davon scouten Dankeschön für deinen Stufe 3 Sub-Alpha-Noob Im 23. Monat Vielen lieben Dank dafür Dank dir vielmals Und wir können ja noch mal schauen Preußen Dortmund Wuppertal Wuppertal Ja Thilo Burg Den werden wir auch einmal scouten Und dann werden wir jetzt noch mal Einen RAS nehmen Also Richter Außenstürmer Den schnappen wir uns auch Und dann gucken wir da mal bei den Stufen Da haben wir Hoppala Da haben wir als erstes Aslan Aydin Den werden wir mal scouten Und Volker Lian Den werden wir auch mal scouten So Alaytalk Einen wunderschönen guten Tag Ich grüße dich Ich hoffe dir jeder Ja Okay So Passt Tribünensponsor suchen Das machen wir Wenn wir wiederkommen Und Sport treiben Können wir auch danach Wenn wir wiederkommen Dann steht schon Cottbus an Dann steht schon Cottbus an Gehen wir weiter Spielen wir Natürlich spielen wir schon Champions League Einen Zukunfts-Kieferlosen Ja machen wir gleich Machen wir gleich Wir haben ja noch ein bisschen Zeit Wir brauchen ja nicht so lange Um uns umzupolen Brauchen ja nicht so lange dafür So Das finde ich nur doof Dass das halt mit dem Dass ihr dann nicht seht Was da vorangeht Ich muss noch mal kurz hier schauen Da ist noch eine Eingrückung rausgekommen Ich werde mal das hier an Anheften schon mal Hoppala Wartet eine Sekunde bitte Das ist der Rustalot Spendentopf Da könnt ihr dann das Team hinter Rustalot unterstützen Das werden wir uns jetzt mal ranpacken Werde ich aber später nochmal erklären Wenn wir dann im Spiel selber sind Trainingslagerübersicht Das Wetter war überraschenderweise super Äh Fenlo In Fenlo ist das Wetter immer super Immer Haben wir mit einem Kollegen Gerade meinen Hochbeet zusammen gebastelt Uh Ich hoffe es war wenigstens spaßig Auch wenn es sehr anstrengend ist Äh die Spieler konnten optimal trainieren Und hatten auch am Abend Angenehme Temperaturen Ja das hört sich doch super an Dann einmal weiter gehen Oh da grüß dich Wie oft ist Ranger gestorben Noch gar nicht Hallo Kampfschule Tekan Die wollen uns schon wieder Geld geben Aber diesmal für Tribünenname Die Tekan Tribüne Boah das passt auch für mich Ist auch vollkommen in Ordnung Und dann geben wir nochmal ein Art Freundschaftsspiel hier rein Sehr schön Gucken wir uns mal an Wie die Aufstellung funktioniert hat Wir lassen alles so Ja schön Teamvergleich Sehr cool So gucken wir mal Ob sich die neue Aufstellung Die wir gewählt haben Angriff Cottbus in der vierten Minute Direkt einmal knapp dran vorbei Links Eieieiei Da kannst du auch schon wieder vergessen Ich wäre gern Radiomoderator für die Sportschau Meine werten Damen und Herren Wir befinden uns hier gerade in der zehnten Minute Angriff Cottbus Cottbus kommt durch die Mitte durch Schießt links dran vorbei Es war leider nicht mal nah dran Die Fans lachen Bewerfen ihn Schon mit Feuerzeugen Das passiert häufiger im Fußball Deswegen sollte man da vielleicht nicht drüber lachen Naja Irgendwie lebensal und mein Verhalten integriert Im Kundendienst ist halt so eine andere Sache Ran müsste schießen Ja Kann man in der Vorbereitung gefeuert werden Wir werden es rausfinden Wir werden es rausfinden Ja gehalten hat er Gehalten Der Wege Der hat er die Wege zugemacht Ranji ich grüße dich Hallo Ja das war jetzt auch wieder kein Highlight Was wir hier gespielt haben Aber Es reicht aus Es reicht aus für das was es sein soll Nämlich ein Freundschaftsspiel Sind das Moralpunkte oder Erfahrungspunkte Die grünen Zahlen Welche grünen Zahlen Achso meinst du da Ich denke das sind Moralpunkte Knapp über das Tor Ibrahim Albert Das kann doch nicht wahr sein Nix ist uns gegönnt Außer der Tod Nix ist uns gegönnt Wirklich Heini Kasiodor Knesiewicz 2-0 Vorstand raus Ach komm hör auf Was denn Kann er auch nix für Energie Energie Boah Junge 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 Kraskar Dankeschön für deinen Sub im 13. Monat Vielen vielen lieben Dank Dank dir vielmals Kannst du dir nicht ausdenken Kannst du dir nicht ausdenken Jetzt haben wir 0 zu 2 verloren Leck mich am Zückerli ey Andere Spiele laufen noch 110. Minute Jetzt geht es aber los hier Jetzt geht es aber los Ne was fies Ich sage dir Außer Wegner könnt ihr alle gehen Mit Memming wäre das nicht passiert Ach ey Scheiße Naja Gut Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall zu Rastalot wechseln Davor gibt es nochmal ein Giveaway meine werten Damen und Herren Ihr könnt nochmal ein Key hierzu gewinnen Ein Key für We are Football 2024 Also für dieses Spiel was wir hier gerade eben spielen Wenn ihr daran teilnehmen wollt dann bitte jetzt einmal irgendwas in den Chat reinschreiben Und ihr könnt dann einen Key gewinnen Ich werde mich nochmal ganz kurz eben zum Kühlschrank begeben Um mir nämlich was Neues zu trinken Ihr schmeißt jetzt irgendwas hier in den Chat rein Ihr schreibt jetzt irgendwas Und ich bin sofort zurück Und dann werden wir den Key verlosen Ja ist das ein Deal Bis sofort Und Saltaria Dankeschön für deinen Sub im dritten Monat